Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nr. 353. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Bastille. Gude und Grüße. Der Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Und zugeschaltet aus dem hohen Norden der Herr Etienne. Guten Tag, guten Tag, King of the North. Ja, genau. Genau, so in der Art. Wir wollen reden über das Saisonabschneiden der Eintracht, vielleicht kurz über die Bayern, über ein paar Dummschwätzer, über gute Taten und vielleicht haben wir noch die ein oder andere Empfehlung für euch. Bevor wir dazu kommen, ein kurzer Status zum Thema Aufkleber. Ich habe gestern weitere 70 Umschläge befüllt mit Aufklebern. Die sind jetzt auf dem Weg zu euch. Ein paar Leute stehen noch in der Liste. Die werde ich mal gucken, dass ich die nächsten Tage noch eintüte. Also von daher, da kommt noch das ein oder andere, der ein oder andere Umschläge mit Aufklebern demnächst zu euch. Habt Geduld, das dauert alles ein bisschen, die Dinger da reinzustocken. Das ist dann doch zeitaufwendiger, als ich am Anfang vielleicht gedacht habe. Ja, also von daher. Und wer noch welche will, kann sich gerne noch in die Liste eintragen. Den Link findet ihr in unseren Sendungsnotizen. Ja, und dann lasst uns doch mal über die Eintracht reden. Und bevor wir über das Spielrecht sprechen, was da am vergangenen Samstag stattgefunden hat. Wir hatten es in der letzten Woche so ein bisschen angedeutet, was ja gut wäre, so als Stimmungsmache vor dem Spiel wäre, wenn noch so eine Vertragsverlängerung irgendwie um die Ecke kommen würde oder eine Verpflichtung. Und die Eintracht hat da mal wieder auf uns gehört und hat Donnerstag, oder wann war es Freitag, irgendwann so um den Dreh bekannt gegeben, dass man die Kaufoption bei Philipp Kostic zieht und er jetzt bis 2023 einen Vertrag hat. Ob er bleibt, ist die andere Frage. Sehr geil. Ja, das ist doch wahrscheinlich sogar günstiger jetzt, oder? War das nicht so? Ja, man hat ein bisschen den HSV, glaube ich, bedrängt, weil die brauchen dringend jetzt Geld, glaube ich. Und nicht erst nächstes Jahr, und dann haben sie gesagt, da kriegt er halt 1,5 weniger. Jetzt haben wir, glaube ich, das 6,5, nur 5 Millionen, muss ich mal reinziehen, 5 Millionen für Philipp Kostic, der wahrscheinlich nach dieser Saison an den 30 kratzt. Also das ist schon ein günstiger Move. Der aber auch jeden Verein an den Rande des Abstiegs bringt, wie wir vorher gelernt haben, nicht? Naja, wahrscheinlich lag es doch nicht an ihm. Liebe Grüße, ging ja einigermaßen, würde ich sagen. Hat ganz passabel gespielt. Ja, war okay. War okay, ja. Ist auch tatsächlich, wenn man jetzt, ich will jetzt nicht schon vorgreifen auf unser Resümee, aber wenn man mal so überlegt, wessen Schenkel noch intakt waren am Ende, dann muss ich sagen, also den Schenkel-Wettkampf hat meiner Meinung nach bei uns Philipp Kostic gewonnen. Also das ist eine, also ich weiß gar nicht, wie das geht, aber der ist wirklich der Einzige, der auch noch bei den Bayern am Ende ja auch nochmal bis zur Grundlinie gekommen ist, auch noch in der 80. Minute. Ja, das hat er aber auch in so vielen Spielen gemacht, wo er eigentlich ab der 90. schon dachte, er wäre irgendwie durch und dann haut er in der 94. 95. nochmal einen Sprint vom eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er hin, wo du denkst so, ey Alter, du bist doch gerade schon 90 Minuten hier gelaufen, und woher nimmst du die Lungen her? Er hat in der WM gespielt, also der rennt quasi seit dieser WM durch, das ist so unfassbar. Der hat gegen Mainz auch die Bälle in die Mitte gehasst, der ist einfach, das ist schon echt heftig, also das ist, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil du ja auf der anderen Seite siehst, Danny Da Costa ist ja ähnlich geil, hat ähnlich geile Saison gespielt, zumindest was so die kämpferische Leistung betrifft, und selbst der konnte irgendwann nicht mehr, der ist gegen Mainz ja fast bewusstlos geworden, Kostic ist selbst gegen München noch gerannt. Was mich aber gewundert hatte, war, dass Kostic eigentlich selten mal die meisten Kilometer gelaufen ist, also er ist sogar schlau gelaufen, das finde ich einfach, du merkst, er läuft nicht sinnlos, du hast manche Spieler ja gute Positionen als Linksaußen, ist ja normalerweise auch gerade, wie ihr habt es angesprochen, die Läufe an die Rundlinie und so weiter, er hat großes Potenzial, auch die meisten Kilometer zu laufen, ist aber dann doch so gewesen, dass er tatsächlich gar nicht, war zwar mit bei den Vorderen dabei, aber man hat schon gemerkt, es war gefühlt, zumindest in meinen Augen, der, der am meisten gerannt ist, auch du, Basti hast es schon eben angesprochen, Da Costa auf der anderen Seite auch zumindest, die Spiele, wo er noch ein bisschen Luft hatte, aber anscheinend beide taktisch sehr schlau und nicht sinnlos gelaufen, also hat mir sehr gut gefallen, beide wirklich stark. Und Costa ist super geil, 2023 ist genial. Was du nochmal sagen musst, der hat ja nicht auf seiner Stammposition gespielt, also der wurde ja erst in dieser Saison transformiert und der hatte irgendwie gefühlt keine Eingewöhnungsphase, also der hat jetzt irgendwie nicht, dass du denkst, oh, der war aber wackelig, also das war schon echt beeindruckend. Kleiner Funfact, hab mir hier mal eine Statistik aufgerufen, die laufstärksten Spieler der Saison, und da sind tatsächlich Danny Da Costa und Philipp Kostic in den Top Ten, beide, also Danny belegt Platz 8 und Kostic Platz 9 mit 369 und 368 gelaufenen Kilometern. Auf Platz 1 ist übrigens Eggestein, Maximilian Eggestein. Ah ja, okay. Krass. Krass, aber das Eggestein ist auch krass. Ja, auf jeden Fall eine gute Verpflichtung, gerade wie Basti schon sagte, auch zu einem taktisch sinnvollen Zeitpunkt den HSV dann nochmal ein bisschen unter Druck gesetzt und gleichzeitig dann auch nochmal so ein bisschen die Motivationskeule damit vor dem Spiel ausgepackt, dass die jetzt nicht viel gebracht hat am Ende. Ist was anderes, aber der Versuch war da, sie haben mal wieder auf uns gehört. Es ist zumindest, hat so ein bisschen diese, ja, du hast das Gefühl, wenigstens ist jetzt etwas in trockenen Tüchern, was Spieler betrifft, weil du ja das Gefühl hast, irgendwie, ich habe gerade irgendwie momentan die Befürchtung, dass vorne alle drei weggehen. So viele Gerüchte momentan, gerade. Genau, und da ist es wenigstens gut, dass wir uns um ihn, also den kannst du jetzt schon mal irgendwie an die Seite stellen, zu sagen, gut, du bist wenigstens hier, also so. Weil, um ihn jetzt auch noch Gerüchte zu lesen, weil das ging ja zwischendrin rum, ich glaube, nach dem Interspiel war das das Inter-Mailand-Interesse, blablabla. Das hat sich jetzt hoffentlich erstmal erledigt, zumindest für ein Jahr. Obwohl, es gibt ja diese Gerüchte, wir reden noch über Kostic, oder? Wir reden noch über Kostic, ja. Weil es gibt ja diese Gerüchte, dass wir an diesem Linksverteidigertalent aus Barcelona dran sind. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Nein, ich habe gerade, wie heißt er, irgendwas mit C, ich sage es euch sofort, auf jeden Fall, wenn das stimmt, der hat auch einen relativ hohen Marktwert. Also auf Transfermarkt wird er jetzt mit 10 Millionen irgendwie berechnet. Okay. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, weil bei Transfermarkt, da steht natürlich viel, auf viel Scheiße und so. Aber ich glaube, die FNP hat auch drüber berichtet. Und da ist dann halt die Frage, wenn da was dran ist, ob das nicht auch, weil die werden ja nicht irgendwie das Megatalent von Barcelona holen für die linke Abwehrseite. Ich glaube aber, da können wir sogar den Hallert-Transfer mit reinpacken, falls der stattfinden sollte, wo ich mir leider irgendwie nach seinen komischen Posts sah, bei Instagram-Stories und so ziemlich sicher bin. Ich kann mir vorstellen, dass die Eintracht auch das System umstellt. Also, dass Kostic dann kein Linksverteidiger mehr ist, sondern dass er halt linker Außenstürmer ist, was er eigentlich ist. Also, dass du das... Marc Kukurella heißt er. Marc Kukurella. Okay. Also, das kann ich mir vorstellen. Wer ist Linksverteidiger? Ja. Also, Linksverteidiger, glaube ich, auch mit ordentlich Offensivrang, ist vom FC Barcelona. Ich habe ihn jetzt noch nicht wirklich groß recherchiert, recherchiert, aber gilt wohl als Riesentalent, 20 Jahre jung, Spanier. Aber Etienne, ist das nicht eigentlich ideal als Doppel? Ich sage mal, selbst wenn wir Kostic im Endeffekt halten, so jemanden natürlich dann auch mit auf der Position zu haben. Du hast ja diese Saison gemerkt, wie problematisch es dann doch manchmal... Kostic hat das gut überspielt und hat eigentlich durchgehend die Leistung gebracht. Nur, du hättest doch so gerne auch mal in den Wettbewerben ein bisschen rotiert. Ja, aber dafür ist es ja kein Spieler, oder? Aber dafür ist es dann... Dann ist er aber zu wertvoll. Also, was Etienne sagt, kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, wenn du den holst als Stammspieler, du kannst ja nicht irgendwie sagen, okay, Kostic, du bist ja beim Backup. Also, ich fände es natürlich geil, wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir... Ja, aber das glaube ich nicht. ...ein Kaliber wie Kostic als sozusagen als zweiten Anzug haben, ja. Aber momentan sehe ich noch nicht, dass wir sozusagen für die Bankspieler... Nee, das ist klar. Hast du völlig recht, hast du völlig recht, ja. Aber ey, keine Ahnung, vielleicht ist das auch wieder irgendein geiles Leihgeschäft, von dem man keine Ahnung hat. Die sind ja echt... Also, da habe ich auch zum ersten Mal wirklich so ein tiefen, entspanntes Vertrauen in die Chefetage, in Scouting und so weiter, dass die irgendwie schon das schlau machen. Also, die haben uns schon jetzt so oft überrascht mit irgendwelchen Transfers und irgendwelchen Geschichten. Wer weiß, vielleicht kriegen sie den irgendwie günstig oder ausgeliehen. Der war jetzt von Barcelona an SD Aiba ausgeliehen, für eine Saison in La Liga, hat da auch komplett Stamm gespielt, alle Spiele fast gemacht. Also, vielleicht gibt es da nochmal so ein Deal. Weiß ich nicht, kann ich jetzt alles nicht einschätzen. Ich finde es nur interessant, weil wir drüber geredet haben, dass Kostic auf jeden Fall bleibt. Warten wir es mal ab. Also, ich glaube es zwar auch, aber wer weiß, es ist momentan... Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist sehr viel in der Schwebe. Es kann sein, dass echt alle bleiben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir irgendwie eine komplett neue Startelf sehen. Also, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist dann auch wirklich so ein bisschen mitabhängig davon, wie die Strategie ins nächste, im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison führt, das System ist. Also, laufen wir weiterhin mit diesem 3-4-2-1 oder mit der Fünferkette im Defensiven oder geht es dann doch eher so Richtung dem 4-4-2 oder 4-3-3 und dann brauchst du ja auch da hinten wieder jemanden auf der Linksverteidiger-Position. Also, das ist ja dann auch noch so ein bisschen... Ich glaube eher, dass Hürter umstellt. Also, das ist aber nur ein Bauchgefühl. Ich glaube, das hat er jetzt ein Jahr verschoben, weil er gemerkt hat, das klappt nicht. Aber ich glaube, der macht sich bereit jetzt für die nach Hasebe-Zeit auch, weil der wird ja eventuell nochmal einmal so eine Saison spielen. Und ich glaube, der will eigentlich anders spielen. Ich glaube, das hast du auch am Ende der Saison gemerkt, dass er selber in diesem System dann auch keine Lösung mehr gefunden hat, als ihm komplett das zentrale Mittelfeld weggebrochen ist. Weil so will er, glaube ich, nicht spielen. Bälle nach vorne bolzen und gucken, was passiert. Also, das kann, glaube ich, nicht der Plan sein. Ich glaube, dass er dieses System, was er in Bern gespielt hat, hat er, wollte er ja am Anfang auch spielen, hat gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich zu gut. Ich glaube, Masti, du hast... Da war eine WM noch dabei und ich glaube, sorry, Dennis, dann war diese WM, diese WM fällt jetzt zum Beispiel weg. Das heißt, ich glaube, jetzt hat er Zeit und der... Ja, gut, der Kader, vielleicht steht er jetzt doch nicht so früh fest, aber zumindest früher als vorher. Und er kennt die Spieler auch. Ich glaube, dass er es zumindest im Sommer probieren wird. Und dafür könnten ja solche Verpflichtungen sprechen, zu sagen, Kostic geht weg von dieser Position, geht nach vorne und dafür kommt ein neuer Linksverteidiger und rechts, ein ähnliches Modell. Wenn Rebic bleibt, kann Rebic auch rechts spielen und da kostet er richtig den Rechtsverteidiger. Also bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ist auf jeden Fall spannend. Basti, aber du hast doch eigentlich in dem Satz schon gesagt, dadurch, dass Hasebe in der nächsten Saison eigentlich, denke ich, noch eine feste Säule sein wird und hoffentlich auch die Leistung bringen wird, weiß ich nicht, ob es nicht eher erst in der Nachfolgesaison dann wirklich dazu kommt, das System umzustellen, weil Hasebe einfach auf dieser, naja, ich nenne es jetzt mal 3er, 5er-Ketten, Kombination einfach unglaublich geil ist. Und ich weiß nicht, ob du das wirklich aufgibst. Ihn, was machst du mit Hasebe dann? Ziehst du ihn wieder auf die 6 vor? Ist er eigentlich, ja, verschenkt ist der falsche Ausdruck. Aber gerade diese Libre-O-Position hinten, wo er sich ja auch in der Saison eigentlich über 90 Prozent der Spiele auch wirklich hervorragend geschlagen hat, muss man wirklich sagen, wäre es eigentlich schade, wenn du Hasebe gerade, wahrscheinlich ist es in der nächsten Saison, einen der letzten Saisons, wo er nochmal volle Leistung geben kann. Ja, das System umzustellen, wir haben ja auch gesehen, klar, es ist immer die Frage, was hast du an Spielerpotenzial und so Verpflichtung, es wäre richtig geil, wenn du auch ein bisschen variabel bleibst, eventuell auch mal 4er-Kette und auch mal 5er-Kette spielen zu können. Ist aber halt die Frage, ist das wirklich was, was wir in der nächsten Saison, dieses Gegaukel, ich hoffe nicht, dass es wieder in so Spielen dann getestet wird, wo es eventuell dann auch heißt, ja komm hier im DFB-Pokal, erste Runde würde ich diesmal gerne mal weiterkommen und keine Experimente machen. Deshalb hoffe ich schon, dass wir irgendwie auf unserem Stammsystem aufbauen, dass andere gerne eintrainieren, aber dann auch schnell switchen können. Nur dann natürlich auch das Spielen, was gibt der Kader her, was ist da und du hast richtig gesagt, noch wichtiger ist eigentlich bei diesem 3er-5er-Kettensystem, was machen unsere Sechse, was kommt da, welche Spieler wirst du verpflichten, kannst nicht mehr mit Rode rechnen, ja Fernandes, naja, sind wir mal ehrlich, war jetzt auch nicht unbedingt so brickelnd, klar, er kann das spielen, aber toll ist es nicht, Toro, wie fit ist er, wie kommt er rein, das sind alles so, hoffentlich verpflichtest du auf den Stellen noch gute Positionen oder gute Spieler besser gesagt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass du eine Saison oder zumindest eine Teilsaison auch super mit einer 3er-5er-Kette spielen kannst, aber schauen wir mal. Ja, wird auf jeden Fall auf jeden Fall spannend da zu sehen, aber ich glaube, das ist auch sehr stark abhängig davon, was jetzt an sonstigen Abgängen dann da noch erfolgt, also da sind gerade so viele Gerüchte irgendwie unterwegs, das ist echt schwierig. Ja, ich lese das auch gar nicht mehr. Mach du ein Basti. Früher war ich einer, der hat sich das alles durchgelesen, weil ich das voll interessant fand und so spekulieren, das hätte ja auch Bock gemacht, das ist so ein bisschen virtuell Manager spielen, jetzt kotzt es mich einfach nur noch an, ich lese mir das alles gar nicht mehr durch, ich warte, bis irgendwas irgendwo offiziell steht, ansonsten. Bei mir ehrlich gesagt umgekehrt, ich freue mich immer voll auf die Sommerpause und lese immer alle Gerüchte und scoute die Spieler online und so weiter und bin dann fast immer enttäuscht, weil 95% davon nie irgendwie was werden und irgendwie immer dann kommt irgendein Name, von dem man noch nie was gehört hat, wie Jovic oder so und man ist dann erstmal so, hä, wer ist denn das jetzt und dann sind das voll die Krache, also man hat ja auch null Ahnung eigentlich, außer von den Bundesligaspielen, dann vielleicht noch ein paar namhafte Leute aus den anderen Ligen, aber wenn dann irgendwie einer aus der zweiten portugiesischen, ein Sechser aus der zweiten portugiesischen Liga kommt, da weiß doch eh keiner, wie der ist, also weißt du, das ist so, du kannst dir dann ein YouTube-Video angucken, da sehen die alle gut aus oder auch nicht, das kannst du nicht beurteilen, du kannst überhaupt nicht beurteilen, wie die Gegner sind, was für Situationen da entstanden sind, also insofern ist das eh, ja, kann man weiß ich nicht, man, und auch selbst, wenn du die Spieler kennst, ich sag nur Kevin, Prinz Boateng, was haben wir uns vorher überlegt, der passt nicht vom Charakter, zu alt, zu verletzlich, nix davon ist eingetroffen, also es ist eh so viel Spekulation, selbst wenn du weißt, um wen es geht, aber Postage ist doch das beste Beispiel, jeder hat gesagt, was habt ihr denn da für einen Mist verpflichtet, ja. Ja, oder Rode, wo wir auch am Anfang gesagt haben, so nach dem Motto, wir können mal froh sein, wenn er irgendwie zwei Spieler am Stück auf dem Platz steht. Ja, also deshalb, aber ich meine klar, also es gibt so Spieler, wenn ich zum Beispiel das Gerücht lese von Grujic, dann denke ich mir so, ja, also, der wäre schon geil, den habe ich auf dem Zettel gehabt, aber nie für realistisch gehalten, aber finde, das ist vom Typ und von den Spielanlagen, was ich so gesehen habe, wäre das genau so einer, ähm, wie wir uns glaube ich ganz gut zu Gesicht stehen würde, oder jetzt Max Kruse zum Beispiel mal als Beispiel zu nennen, ähm, wo ich sage, wobei ich das glaube, wenn Max Kruse kommt, dann glaube ich, dann geht alle ja, weil ich weiß nicht, ob keine Ahnung, ja, vielleicht geht es auch zusammen oder so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß auch nicht. Kruse ist halt ablösefrei, das ist da halt ganz attraktiv, ne? Aber der kommt halt auch nur, wenn du ihm dafür ordentlich, monatlich Geld und Geld Ja, ja, klar, logisch. Weil ich glaube, ähm, der, also wer, ich habe da viel drüber geredet, auch mit, weil ich viele Werder-Fans natürlich auch um mich rum habe und wir haben echt überlegt, so, ja, okay, welchen Grund gibt es von Werder Bremen dann zu Eintracht zu wechseln? Und, ähm, jetzt mal von der Vereinsbrille abgenommen, natürlich sind wir wieder viel geilere Verein, aber, ähm, davon abgesehen, jetzt so finanziell weiß ich nicht, ob wir so viel mehr zahlen, also ich glaube, er dreieinhalb Millionen verdient, oder so sagt man bei Bremen, ähm, ob er jetzt dann so viel mehr Gehalt kriegt bei uns, weiß ich nicht, ob jetzt Euroleague-Quali dann auch den Ausschlag gibt, innerhalb der Liga von Bremen, wo er Käpt'n war und weiß ich nicht, ähm, zu wechseln. Also klar, da fließt da nochmal Handgeld, da gibt es noch eine Gehaltserhöhung, ich weiß nicht, weil vielleicht ist die Summe der Dinge, die überhaupt dazu führt, dass das, ähm, das ein Thema ist, aber, ähm, die Frage ist schon berechtigt, finde ich. Mit Wiesbaden ist das nächste Casino nicht weit. Das stimmt allerdings, ja. Aber ich weiß halt tatsächlich auch aus, ähm, Quellen, die ich nicht näher nennen darf, aber, dass, dass, dass da was dran ist. Also, nicht, dass, dass er kommt, aber, dass es ein Thema ist bei ihm, das weiß ich, aber er hat, er ist, glaube ich, einfach momentan in der, ähm, sehr entspannten Situationen sich einfach mal anzugucken, was, was so an Angeboten reinkommt und, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der Eintracht auch, von der Eintracht auch ein Angebot, ähm, vorliegt, über das er nachdenkt. Das glaube ich auch. Er ist halt aber auch schon 31, ne? Das ist jetzt so die letzte Station, der letzte, letzte Wechsel, den er wahrscheinlich auch dann machen kann. Ich denke schon, dass da, du hast, Etienne, super ausgeführt, auch was alles an Faktoren dann eine Rolle spielt. Natürlich, äh, nochmal vielleicht ein bisschen mehr verdienen, vielleicht nochmal ein ordentliches Handgeld, gerade, weil es keine Ablöse, äh, gibt, äh, vielleicht auch, äh, ja, die, wir kennen ja alle diese Beratersysteme, da wird auch bestimmt der ein oder andere, äh, nochmal Geld verdienen wollen. Also, es ist im Endeffekt für mich eigentlich ein Spieler, den ich sehr gerne bei der Eintracht sehen würde. Hab am Anfang auch gedacht, das ist eher unrealistisch, weil so ein bisschen die Perspektive fehlt. Auf der anderen Seite, wer weiß, wie lange er noch spielen kann und auch so eine Euroleague-Quali und hoffentlich, äh, gehen wir ja davon aus, dass dann auch die Euroleague im nächsten Jahr ansteht, ist vielleicht auch nochmal was, was er jetzt nochmal erleben will, weil wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist und dementsprechend, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Wird auf jeden Fall der Eintracht gut, gut ins, äh, gut zu Bilde stehen, würde ich sagen. Ich glaube einfach, dass er auch ein Typ ist, der gerne neue Sachen macht und ich glaube, wenn man, wenn man sieht, was die Eintracht in Europa abgerissen hat, was mit den Fans ist und das, die Spieler das auch so genossen haben, ich glaube, er ist auch ein Typ, der das auch geil finden würde. Also, der hat ja jetzt in seiner Karriere nicht in den unfassbar attraktivsten Städten auch gespielt. Also, der war, was war da in Gladbach, in Freiburg, in Wolfsburg? Ja, sag ich mal. Ja, gut, das ist nur, geht ja, aber da war er jetzt noch nicht on top, aber Bremen ist jetzt auch nicht die geilste Stadt der Welt und die sind halt nicht im Europapokal, die haben ähnliche, die haben ähnliche Fans, die sind halt aber trotzdem und wenn er, Dennis hat es gesagt, der ist 31, der kann sich bestimmt vorstellen, ach, so drei geile Jahre bei der Eintracht und je nachdem, was die Verantwortlichen ihm erzählen, was sie vorhaben, dann ist das auch eigentlich, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, es ist auch sein Leistungslevel. Also, Leverkusen wird den nicht holen, Leipzig wird den nicht holen, Dortmund wird den nicht holen, Bayern wird den nicht holen. So, dann hast du ja nicht mehr viel. Leverkusen weiß ich gar nicht, meinst du? Also, ich weiß nicht, wenn ein Verein der Kai Havertz hat, ich glaube nicht, ich glaube, die setzen auch eher auf junge Spieler, das haben die immer gemacht. Ja, wenn der bleibt. Hoffenheim war noch in der Verlosung und ich glaube, das will er dann vielleicht auch nicht, weil die Spielen nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das nicht unterschätzen darf, dieser Faktor zu sagen, okay, du hast gleiche Geld, du hast gleiche Dings, aber dann hast du vielleicht diesen Spirit in der Stadt, den er jetzt mitgekriegt hat und denkt, dass ich vielleicht einfach gut in Bremen war, ist auch cool, kenne ich aber schon. Ich gehe jetzt auch nochmal dahin. Also, so unrealistisch, dass er zu uns kommt, finde ich es nicht. Zeigt Gott sei Dank auch, was die andere für Ambitionen hat. Das ist für uns ja auch neu. Also, ich weiß nicht, Etienne war ja bei uns zu Gast, als wir hier über Team Kovac geredet haben. Das waren andere Zeiten. Also, da haben wir über andere Spieler nachgedacht, da hätte Max Kruse nicht mal das Telefon abgenommen. Aber ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, er ist ja auch zu Werder Bremen gegangen und da war er noch drei Jahre jünger. Insofern ist das schon, und Werder Bremen ist jetzt ja auch nicht meilenweit von uns entfernt gewesen oder so. Also, ich halte es schon für einen Transfer, den wir uns vermutlich leisten könnten, rein vom Finanziellen her, wenn wir das wollen und nicht so sehr die Gehaltsstruktur innerhalb der Mannschaft zu sehr zerstören. Ich glaube halt, vor allen Dingen spielerisch ist es aber auch wirklich ein Spieler, der ja genau das bringt, was uns diese Saison auch schon eigentlich gefehlt hat. Und er ist dazu auch so ein Leader-Typ, weil auch Captain in Bremen ist auch wirklich so ein, ja so ein bisschen auch Boateng, so ein bisschen so ein Freidenker, ein bisschen auch gegen den Strom, aber einer, der auch mitreißen kann, der auch mal in die Hände klatscht und sagt, Jungs, reißt euch zusammen. Einer, der sich nicht hängen lässt, finde ich, also mag vielleicht abseits des Platzes ein bisschen viel Flausen im Kopf haben, aber auf dem Platz habe ich ihn immer als wirklich vorbildlichen Sportler so wahrgenommen. Klar, vielleicht ist der Mama einem Kilo zu viel oder vielleicht auch drei aus dem Urlaub gekommen, aber der Typ rennt und bringt Leistung und ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht geil finde, wenn der kommt. Ich glaube auch, was bei ihm wichtig ist, weil du hast schon angesprochen, der ist jetzt nicht dieser 0815 Profi. Ich glaube, der braucht was für ihn wahrscheinlich wichtig ist und die Situation, in der er ist, hast du ja gesagt, der kann sich jetzt quasi aussuchen, in Anführungszeichen. Der wird schon gucken, wie er mit dem Trainer connectet und Hütte hat sich ja eh schon ungefragt positiv über ihn geäußert. Also ich glaube, das spielt für ihn auch eine Rolle, dass er weiß, okay, ich kann nicht in einen Verein gehen, wo ich eventuell mit dem Trainer nicht klarkomme, weil ich bin kein einfacher Typ, auch von seiner Spielweise, nicht nur vom Charakter, sondern du musst ja trotzdem, wenn du so einen Spieler hast, ein gewisses Stück weit dein System auf ihn ausrichten, weil er ist ein sehr unkonventioneller Spieler, also der erfüllt jetzt keine strikten Aufgaben, sondern er ist genau das, was der Tieren gesagt hat. Was Kacinovic uns diese Saison nicht gebracht hat, könnte er bringen. Der kann da ein bisschen rumwuseln, dann gibt er mal einen geilen Pass, kann aber auch selber Tore schießen und den kannst du als Verteidigung gar nicht so richtig greifen, weil du überhaupt gar nicht weißt, was in der Position er spielt. Also ich fände es richtig geil, wenn er kommen würde, hätte aber Angst, das kommt halt darauf an, für wen, wenn man jetzt sagt, er ist derjenige, der Halle ersetzt. Das würde ich schade finden. Also das würde ich, ich fände es geil, wenn er Kacinovic ersetzen würde. Ich wollte gerade sagen, also mein Abstoßkandidat im Gegenzug wäre dann auch tatsächlich Kacinovic, wie du schon gesagt hast. Das ist so der Spieler, wo wir eigentlich seit zwei Jahren drauf hoffen, dass er den nächsten Schritt irgendwie macht und er macht ihn nicht. Und ja, Kruse ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber auf der Position würde ich ihn dann schon irgendwie auch sehen können. Und ich meine, wir haben in Boateng, der war damals, als er zu uns kam, auch wenn er es nur für das ein Jahr war, auch nicht der Jüngste. Also warum nicht? Das Alter sehe ich auch nicht bei ihm als das größte Problem. Das einzige Problem, was du bei ihm hast, wir reden hier schon, glaube ich, von sieben Millionen Handgeld oder irgendwas. Und du hast halt, wenn der Vertrag dann zu Ende ist, hast du keinen Wiederverkaufswert, wie wir es bei den anderen Spielern haben. Das ist halt die Frage, inwieweit die Eintracht da die Berechnung macht, zu sagen, okay, da nehmen wir das in Kauf, zahlen jetzt, keine Ahnung, 20 bis 25 Millionen Euro für drei Jahre, ohne dass wir das wiederkriegen und holen uns das irgendwie an anderer Stelle wieder, weil wir jetzt einen jungen Spieler verpflichten. Keine Ahnung, aber Etienne hat es gesagt, ich bin dieses Jahr und jetzt die letzten Monate auch schon so entspannt, weil ich, was das betrifft, noch nie, weil ich keine Angst habe, dass wir komplett vier Gurken holen, wie Bruchhagen das vielleicht gemacht hätte, sondern ich habe das Gefühl, die wissen über alle Eventualitäten und selbst wenn es jetzt schwierig ist, weil du nicht weißt, ob du Euroleague spielst oder nicht, ich habe da größtes Vertrauen, was das betrifft und bin sehr, sehr gespannt. Ich wäre trotzdem traurig, wenn von dieser, wir haben es letzte Woche glaube ich, die Klasse von 2019 genannt, weil ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns lange, lange erinnern, trotzdem, auch wenn die jetzt nur Siebter geworden sind, dass da ganz viele gehen. Das fände ich ein bisschen schade, weil dann fängst du auch mit der, wie soll ich sagen, mit dem Liebe geben an Spieler und Identifikation fängt man auch als Fan wieder von vorne an. Also ich fände es schon geil, wenn, weiß ich nicht, Hinteregger, Haller und Rebic bleiben würden zum Beispiel. Also sozusagen, dann hast du so irgendwie Spieler, an denen du dich greifen kannst. Ich vermute, also das ist jetzt aber auch wirklich ohne irgendwelche Insider-Informationen oder so, einfach mal so, ich glaube, dass Jovic bleibt und ja, ich glaube, dass der bleibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der bleibt. Weiß nicht, die kriegen nicht die Summe, die sie gerne für ihn hätten. Er fühlt sich wohl mit Garzinovic und Kostic und vielleicht auch Rebic und ich glaube, dass Haller geht und vielleicht noch Endika, keine Ahnung und ich glaube, dass Hinteregger kommt. Ich glaube, dass die Rode holen, ich glaube, dass die Trap holen und also von denen, die jetzt da sind und bei Rebic sage ich 50-50. Ich sehe gerade nicht so den Markt für Rebic, ehrlich gesagt. Also nicht in er hat er ist geil und ich bin froh, dass er da ist, aber ich sehe ihn jetzt noch nicht auf einer Entwicklungsstufe, dass er so viel Kohle reinbringt. Also so diese 30-40 Millionen für Rebic. Schwierig. Sehe ich, also vielleicht gibt es jemanden auf der Insel oder so, der ihn bezahlt, aber dafür hat er auch zu viel Scheiße gebaut und auch also zu oft einfach Mist gebaut, um das zu rechtfertigen und da fehlt ihm vielleicht noch so ein Tick. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass er bleibt. Ja, aber das ist einfach mal so. Ich glaube, die Nummer mit Rebic war eigentlich schon sicher, dass er zu München geht, aber dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass Kovac entlassen wird. Also das ist, glaube ich, so die Situation. Da hängt er genauso in der Luft. Und ich bin aber froh, was er Tien gesagt hat, weil genau so, das habe ich auch im Kopf. Ich glaube nämlich, dass Jovic zum Beispiel, der hört sich Angebote an, sagt, ja okay, kann ich mir vorstellen, kann ich vielleicht nicht ablehnen. Aber das sind dann keine Spieler, die du gegen ihren Willen hier halten musst, sondern die sagen dann, okay, schade, hat nicht geklappt, geil, ich bin trotzdem noch hier. Also das sind andere Situationen, wie als wenn Dortmund Aubameyang das verweigert hätte, der macht dann hier im Training Stress und was weiß ich was. Ich glaube, wenn Haller, Rebic und Jovic, irgendwie, wenn da Verhandlungen scheitern und die müssen dann hier bleiben, ich glaube, das ist denen dann auch recht. Dann denken die, ist ja cool, dann spiele ich noch ein Jahr hier und dann klappt es halt nächstes Jahr. Ich glaube schon, dass das ein großer, großer Vorteil ist, wo du auch entspannt und mit Selbstbewusstsein in die Verhandlungen gehen kannst, weil du als, du weißt zum Beispiel, Jovic, der schreit hier nicht rum, wenn es nicht klappt und das ist nicht immer so. Wir haben so viele Sachen gesehen, Dembélé, die dann sich da irgendwie rumstreiken, dann holen die sich eine Verletzung, bla, bla, bla. Das hast du, glaube ich, nicht, weil die Mannschaft sich untereinander auch zu geil findet dafür und das ist, glaube ich, ein Vorteil, der ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil du dann wirklich einfach auch aus dieser Position heraus reagieren kannst, zu sagen, ey, gut, dann geh halt, wir kriegen, wollen aber 75 Millionen, ab vorher kannst du nicht gehen und dann sollen die, dann kriegt der Spieler wahrscheinlich sogar gar nicht, mit, sondern der Berater macht den ganzen Kram und ja, ich bin da sehr, sehr, sehr entspannt. Aber eine Gefahr, Basti, die ich dabei sehe, ist dieses wunderbare Pokern und Dings, die Ablöse oder der Transfermarkt ist halt sehr lange offen. Ich habe ein bisschen Angst, dass am Ende, kurz vor Schluss, dann doch nochmal ein richtig geiles Angebot reinkommst, du im Endeffekt dann Spieler abgibst oder eigentlich gesagt hast, ah, okay, da bewegt sich momentan nichts, im Endeffekt Spieler verkaufst für eine geile Summe, aber auf der anderen Seite eben nicht diesen sofort, ich kaufe jetzt den und den dafür, weil eben Spieler natürlich dann auch schon, wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, viele der Verträge sind wahrscheinlich jetzt schon abgesprochen und bedienen müssen nur noch im Endeffekt ein paar Kleinigkeiten besprochen werden. Wenn du natürlich mit Spielern planst und ihr habt es richtig gesagt, wenn wir mit unserer guten alten Büffelherde vorne planen können, wirst du wahrscheinlich Max Gruse, keine Ahnung, vielleicht Gasinovic etc. noch raus, aber ansonsten werden so Spieler wahrscheinlich dann überhaupt nicht mehr im Fokus sein und Max Gruse ist jemand, der wird auch von anderen Vereinen sicherlich umworben und kann dann auch meinetwegen, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt doch im Moment kein Interesse, dann sehen wir vielleicht nächstes Jahr in Hoffenheim oder sonst wo spielen oder doch nochmal in Bremen eine Verlängerung oder einen neuen Vertrag und wir dann sagen, okay, wunderbar, macht ja nichts, dann kurz vor Transferperiodenende verkaufen wir dann doch im Endeffekt ein oder zwei von vorne und dann beißt du dir auf gut Deutsch den Arsch, weil du sagst, verdammt, jetzt haben wir einen Gruse nicht, jetzt haben wir den nicht, jetzt haben wir den nicht, was machen wir jetzt? Ich hoffe, dass da einfach dieses Gedankenspiel so weit auch geführt wird und dann auch so cool geblieben wird, auch wenn dann ein geiles Angebot auf dem Tisch liegt, zu sagen, sorry, wir haben uns jetzt ein bisschen verkalkuliert, wir haben nicht gedacht, dass da noch was kommt, weil das wäre der einzige Gefahr, wo ich sage, du verkaufst Spieler extrem gut am Ende, wirtschaftlich genial gemacht, auf der anderen Seite sportlich, gerade mit der Dreierbelastung, die du ja dann am Anfang hast, mit Euroleague-Quali und DFB-Pokal und Bundesliga, könnte ich mir vorstellen, dass das problematisch werden könnte. Deshalb, ich hoffe einfach, deshalb war ich ein bisschen geschockt, um auch nochmal zu dem Aktuellen zu kommen, oder geschockt in Anführungszeichen, dass Real ja der Deal anscheinend jetzt doch nicht so fix eingetütet war, die Eintracht angeblich jetzt 100 Millionen fordert, finde ich ein bisschen crazy, weil du natürlich jetzt mit der Personalie und mit dem Geld nicht mehr planen kannst, oder? Warum findest du es crazy? Also, was findest du crazy? Ich finde es ein bisschen, ich habe eigentlich gedacht, ach, der Deal wäre schon vor sechs Wochen gelaufen, dachte ich. So wurde es ja auch mit dem Spieler 70 Millionen oder was weiß ich, oder 60 Millionen, es verkauft, der Spieler weiß, ich gehe nach Madrid, alles in Ordnung und ich habe gedacht, das Geld, die rechnen jetzt mit 60 Millionen, komm rein, beziehungsweise die 20 oder 30 Prozent, die sie abgeben müssen, abgezogen und haben danach auch nach Spielern Ausschau gehalten, wen hole ich denn jetzt für einen Jovic, welche Berater, welche Fänger schicke ich raus, damit sie mir die richtigen Spieler holen. Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass diese Spieler dann jetzt nicht mehr sozusagen verfolgt werden oder bei anderen Vereinen jetzt einen Vertrag machen und wir im Endeffekt diese ganzen Situationen ein bisschen problematisieren. Vielleicht muss ich dich da ein bisschen beruhigen, die Saison ist noch nicht lange um. Also, weißt du, das ist jetzt, ich glaube, dass die Eintracht das schon weiß. Also, die Eintracht weiß ja okay. Ich hoffe es, ich hoffe es. Die Eintracht würde real auch sagen, so Leute, hört mal zu, keine Ahnung, was haben wir jetzt, jetzt haben wir bis Mitte Juni, sagt ihr uns Bescheid wegen Jovic, ansonsten kümmern wir uns um andere Leute und das sagen die anderen Spieler. Also, das haben wir doch schon alles erlebt. Also, ich glaube, das, was, die Angst, die du hast, die will ich dir, glaube ich, nehmen. Also, ich glaube, Das ist gut. Ich glaube, dass die wissen, okay, zu sagen, ey, wir verkaufen Jovic nur für die und die Summe, macht es oder nicht. Oder das ist auch Verhandlung, wenn Bobic sagt, er will 100, dann will er wahrscheinlich eigentlich nur 80. Also, das kennen wir alle. Ich bin aber froh, dass er es so macht, weil überleg mal, was Bruchhagen gemacht hat. Die haben Trapp ein Jahr früher nach Paris gefahren, nur für eine halbe Million mehr als die Ausstiegsklausel ein Jahr später gewesen. Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, das Transferfenster schließt am 31. August. Ja. Wir haben drei Leute. Also, da wird noch, da wird noch eine Menge passieren. Wer weiß, wer sich noch irgendwo verletzt oder was weiß ich. Also, in drei Monaten kann noch so viel passieren. Klar ist davor schon in Euroleague-Quali und man will den Kader zusammen haben und alles. Da wird auch sicherlich auch schon vieles passieren. Man wird nicht auf den letzten Drücker noch warten. Aber einfach nur mal, um zu zeigen, dass wir fast über zweieinhalb Monate jetzt theoretisch was passiert haben. Da hast du recht, ja. Da bin ich wirklich ganz entspannt. Und ich habe auch einfach, wie gesagt, wir haben auch einfach Kohle. Unabhängig davon, ob wir jetzt Büffel verkaufen oder nicht, haben wir, schätze ich mal, 50 Millionen, die wir ausgeben können. Einfach mal geschätzt. Wir wissen nicht, was mit der Salcedo-Kohle so wirklich passiert ist. Also, die wurde, glaube ich, nicht komplett reinvestiert, so wie ich das gecheckt habe. Vielleicht verlassen uns auch so ein paar Spieler, wo es jetzt nicht so krass wäre, wie Willems, De Guzman, Stendera. Also, so Leute, die jetzt auch nicht tragende Säulen waren. Jetzt mal unabhängig davon, ob man es schade findet oder nicht. Bewertet es jetzt gar nicht, aber die ein bisschen Kohle bringen. Du hast 30, 35 Millionen eingenommen durch die Euroleague. Du hast eh ein Transfervolumen mindestens von, schätze ich mal, 20 Millionen. Du bist in den Tabellenplätzen, Fernsehrängen und so weiter. Also, uns geht es finanziell mega gut, mega gut, ohne, dass wir jetzt einen Büffel verkaufen. Wenn wir einen Büffel verkaufen, ja, Alter, dann haben wir finanzielle Möglichkeiten, von denen wir in unserem Leben noch nie geträumt haben. Ja, also, wenn ich überlege, dass wir bislang, glaube ich, alle leer, sechs, sieben Millionen oder was, der gekostet, ausgegeben haben, da habe ich eher Angst, dass wir gar nicht wissen, wie man Spieler scoutet in dem Bereich, weil wir da in dem Segment noch nie gefischt haben. Das sind völlig neue Teiche, die wir, wo ich nur hoffe, dass Manga und sein Team irgendwie die Teiche auch kennen, weil die vielleicht immer nur in Teichen gefischt haben, weiß ich nicht, ein bis zehn Millionen Spieler sind und plötzlich kommen irgendwie Spieler, die, und dann darf man auch nicht vergessen, die Bilder, die um die Welt gegangen sind, und die Eintracht, das haben wir uns ja nicht eingebildet, so der Hype, der entstanden ist, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch in Frankfurt war, aber ey, wie viele Leute haben mich angelabert auf die Eintracht, mir geschrieben, mir gesagt, Alter, wäre ich gern Eintracht-Fan, was für ein geiler Verein, ich habe ohne Scheiß, ich habe Feedback für die Eintracht gekriegt, was ich mein ganzes Leben nicht gekriegt habe, nicht mal nach dem Pokalfinale, also das ist, das ist absolut krass gewesen und ich glaube auch, dass auch der ein oder andere Spieler, also wenn die Vereinsführung sagt, uns werden jetzt Spiele angeboten, die uns früher nicht angeboten wurden, das glaube ich auf jeden Fall, ich bin wirklich tiefenentspannt und ich glaube, wir werden ein paar richtig geile Transfers machen diesen Sommer, ich will nicht enttäuscht werden und die Erwartungshaltung zu hoch schrauben, aber ich glaube, es wird ein paar richtige geile Spieler geben, ob wir es da kennen oder ich, keine Ahnung. Ich sehe das auch so, und was man auch nicht vergessen darf, dass Hütter sein zweites Jahr geht, also der war hier auch neu und der ist holprig gestartet, also der hat das alles, on the fly hat der das hier installiert, der kann jetzt auch erstmal durchatmen, der kennt jetzt auch das Ganze, der kennt auch die ganzen Verantwortlichen bei der Eintracht, der kann mit Ben Manga besser sprechen, also das ist jetzt alles, die können jetzt erstmal chillen. Ja, der hat sich auch einen Status erarbeitet jetzt, davor war der ja so ein bisschen, ich bin dankbar für die Chance in der Bundesliga und so weiter und keiner wusste, wie ist der Hütter, jetzt kann der aber sagen, hier Leute, ihr habt gesehen, was ich mit dem Rotz, den ihr mir übrig gelassen habt, das klingt jetzt böse, gemacht habe, ich hatte keinen Einfluss, das komplettes Chaos, Trainer übernommen, lauter Leistungsspieler, also jetzt, Leute, bin ich hier am Tisch und jetzt wird aber mal ein bisschen nach meiner Pfeife getanzt. Und er kann jetzt auch Spieler raustun, mit denen er nichts anfangen kann, also ich glaube, dass diese Williams Nummer auch so ein bisschen ein kleiner Fingerzeig war, so Leute, ja, ich stelle den auf, ich weiß, der ist kacke, aber ich habe keinen anderen, was ist los? Ich glaube nicht, dass die Eintracht nochmal mit so einem dünnen Zentralmittelfeld in die Saison geht, ich glaube, das wissen die Verantwortlichen und ich bin auch zuversichtlich, komischerweise, das muss nicht mal heißen, dass ich erwarte, dass wir wieder uns irgendwie vor Europa koalitzen, es kann auch sein, dass wir Zehnter werden, aber ich bin, das wird aber dann nicht an der Eintracht liegen, sondern dadurch, dass die anderen vielleicht nicht mehr so kacke sind, also muss man ja auch sagen, die Eintracht hat auch diese Saison Glück gehabt, das gefühlt die ganze Bundesliga scheiße war, also das war meiner Meinung nach eine der schlechtesten Saisons der letzten Jahre von allen Mannschaften, wenn man schon dabei landet, dass Eintracht die geilste Überraschung und Düsseldorf die Zweitbeste war und der Rest irgendwie unter den Erwartungen geblieben ist, aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir zumindest jetzt auch eine Basis aufbauen, die, wo wir partizipieren, dass man vielleicht jetzt auch mal in der Lage ist zu sagen, nee, hör mal zu, wenn du hier spielen willst, kriegst du keine Ausstiegsklausel, lass mich in Ruhe und dein Verein kriegt auch keine Weiterbeteiligung, so einfach zu sagen, Schritt für Schritt zu sagen, okay, nächstes Jahr machen wir uns stabiler, in zwei Jahren wird es noch geiler und in drei Jahren haben wir vielleicht wirklich eine Mannschaft, die, wenn es alles läuft, Vierter werden kann. Das ist für mich... Ganz andere Verhandlungsposition, hast du für dich recht, ja. So, da planen die ich im Kopf habe. Nicht, dass wir nächstes Jahr oder immer nächstes Jahr in die Champions League kommen, aber dass wir vielleicht in drei Jahren soweit sind, dann kommen wir, keine Ahnung, in zwei Jahren kommen wir wieder nicht in die Europa League, haben dann nur diese ganz normale Bundesliga-Songen in drei Jahren und greifen dann den vierten Platz an, wenn andere wieder schwächeln. Das kann ich mir mittlerweile durchaus vorstellen und allein dieser Schritt, überlebt die Rene, wie ich hier, ich heule hier seit drei Jahren in den Podcast rum, ich will so wie Gladbach sein, ich will so wie Gladbach sein, nein, wir sind auf dem Weg. Ja. Warten noch ein Jahr, dann will Gladbach so sein wie wir. Guck an. Genau. Zum Thema Geld, Etienne hatte es ja angedeutet, Hellmann hatte vorgestern, glaube ich, irgendwo in einem Statement gesagt, dass der erwartete Umsatz sich aktuell ohne Transfers bei mindestens 170 Millionen, sowas in der Richtung bewegt. Mit Transfers würde man sogar erstmalig die 200 Millionen Euro-Grenze erreichen. Sie hatten, glaube ich, auch irgendwo einen Vergleich. Das letzte Mal, als wir davor in Europa gespielt haben, hatten wir 99 Millionen an Gesamtumsatz. Also da ist schon eine ordentliche Steigerung drin. Und wir haben jetzt auch, das hat die Eintracht auch verkündet, 75.000 Mitglieder im Verein. Das ist auch eine enorme Zahl. Wie ist denn das im Bundesliga-Vergleich? Ich habe keine Ahnung. Weiß das einer? Fünfter. Ich glaube, die Fünfter, wenn ich das richtig verstanden habe. Fünfter oder Fünfter, ja. Fünfter hinter, was war es? Bayern, Dortmund, Schalke. Und wer war der Vierte? Ich weiß es nicht mehr. Aber es war Platz 5. Okay. Cool. Also von daher auch da auf einem ordentlichen Weg nach vorne. Ich habe es mal gerade rausgesucht. Bayern, Schalke, Dortmund, Gladbach, Frankfurt. Ja. Gladbach hat 80.000. Also können wir auch noch catchen. Gib uns noch vier Wochen, dann haben wir die wahrscheinlich auch noch. Spätestens wenn es dann jetzt auch Euro-Auswärts-Dauerkarten oder Euro-Dauerkarten gibt, erhofft sich vielleicht der eine oder andere dann als Vereinsmitglied da auch noch eher irgendwie dran zu kommen. Das habe ich nicht so genau verstanden. Ich kaufe mir eine Dauerkarte und weiß aber nicht, wie viele Spiele das sind. Das heißt, es wird eine Mischkalkulation für beide Seiten oder was. So habe ich das verstanden. Das ist so ein bisschen... Ab Achtelfinale profitiere ich und alles darunter profitiert die Eintration nach oder so. So habe ich das verstanden, genau. Na gut, dann habe ich es auch verstanden. Gut. Finde ich aber auch eine gute Aktion, dass sie da sagen, okay, wir haben es verstanden und wir bieten da auch noch was mit an. Vielleicht dann auch noch ein bisschen was anderes als jetzt da nur so Lotterie-Geschichten. Ja gut, das ist aber auch eine Lotterie. Also du hast 31.000 Dauerkartenbesetzer, die kriegen dann schon mal welche und dann bleiben noch 9.000 übrig und die sind dann auch bei jedem Spiel. Das heißt, du wirst wieder... Ja, du hast dann wieder keine im freien Verkauf eigentlich. Also das ist halt... Diesmal hast du es halt so, dass es nur einmal eine Lotterie gibt und die Leute gewinnen das für die ganze Saison. Also ich habe da auch schon negative Stimmen gehört. Aber ich glaube, bei sowas ist es auch, wie du es machst, ist es falsch. Wie willst du es auch machen? Kann ja nicht jeder ins Stadion. Ist halt so. Der nicht reinkommt, wird sich immer beschweren. Ja, also von daher. Ich glaube, das sind halt wirklich so Dinge, wo du, wie du schon sagst, da wirst du immer Leute haben, die das halt irgendwie auch doof finden und da muss man sich, glaube ich, auch so ein Stück weit davon verabschieden und versuchen, das allen irgendwie recht zu machen, weil das schaffst du so oder so nicht. Nun ja. Krass, wie viele neue Themen wir haben. Ich würde gerne die Sendung, wo Etienne hier war bei Team Kovac, wenn wir die parallel zu der hier abspielen würden, über was für Sachen wir hier sprechen. Da haben wir noch mit Etienne über, ja, der ist wie ein jugoslawischer Basketballtrainer. Der schreit sich an und sagt, fick die Huren, Söhne. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, das rede ich heutzutage nicht mehr. Ich auch nicht übrigens, liebe Grüße. Aber da haben wir noch gehofft, dass Enes Ben-Hatira den Siegtreffer gegen Mainz macht. Also Leute, so ist es. Also das ist schon was anderes. Oha. Das ist echt momentär. Krass eigentlich. Ja, dieser Bass von dem Laden unter mir, das riecht mich gerade so auf, ich muss gleich mal da runter gehen. Und dann geh mal live in der Sendung da runter und lass mich mit dem sprechen. Ich weiß nicht, ob das so rot ist, Basti. Jetzt bist du gerade aus München zurückgekommen, ohne irgendwelche Strafanteigen an der Backe zu haben. Bist du stolz auf mich, René? Ein bisschen bin ich stolz auf dich. Ich hatte ja ernsthaft erwartet, irgendwelche Bilder zu sehen, wie du in Handschellen abgeführt wirst. Nee. Dafür war die Saison zu anstrengend. Gefährliche Situation. Gefährliche Situation, genau. Und damit kommen wir quasi zum letzten Ligaspiel. So ein bisschen Hoffnung war bei mir am Anfang da, dass da irgendwie was gehen konnte. Dann war ich extrem genervt von dieser Verabschiedungsgeschichte, die da vor dem Anpfiff gelaufen ist und dieser geilen, ungeplanten Choreo. Sehr beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend. Und dann ging es irgendwie sehr schnell und dann stand es irgendwann 3-1 und dann habe ich gedacht so, leckt mich am Arsch, die Saison ist rum und habe einen Fernseher ausgemacht. Basti, wie ging es dir vor Ort? Das war schwierig. Ich war ja auf so neutralen Plätzen von meinen Freunden von Tipico eingeladen und das war sehr nah an dieser Choreo. Da war ich schon mal sehr beeindruckt. Da habe ich gesagt, oh, das ist geil. Peter Fischer hat es, glaube ich, beim Elf-Freunde-Jahresrückblick, wo Marvin auch war, so beschrieben, so wird in Frankfurt der Zeugwart verabschiedet. Und bei denen waren das zwei Vereinslegenden. War auch so. Das war wirklich sehr lächerlich. Das war so ein mini kleines Ding. Ist ja auch egal. Wir wollen auch gar nicht hier prallen als Frankfurter, weil wir da verwöhnt sind. Meine Güte, ist halt so. Auf jeden Fall war das Problem, dass ich mit meinen Kumpels da gesessen habe und schon beim 1-0 die Bayern-Fans nicht aufs Feld gejubelt haben, sondern haben sich zu uns umgedreht und uns quasi ins Gesicht gejubelt. Und da war wirklich der eine oder andere Alois dabei, wie man sich das im Bild vorstellt, mit so einem grauen Hut, mit so einem Pendel und Uli Hellnis-T-Shirt. Da bin ich einfach aus juristischen Gründen mit meinem Kumpel. Hab gesagt, komm, wir gehen raus. Wir brauchen eine. Muss ich vor mir selber zu schützen. Auch bin ich raus, mich da provozieren zu lassen, weil ich eh da so eine kurze Zünschen habe. Dann haben wir draußen gestanden, als dann irgendwann das 1-1 fiel, haben wir gesagt, ach komm, ja, gehen wir nochmal rein. Und als wir gerade den Begriff haben, wieder reinzugehen, ist auch schon das 2-1 gefallen. Dann sind wir, ich stand tatsächlich das komplette Spiel draußen am Bierstand oder noch weiter draußen und hab dann da, weil Hoffenheim hatte 2-0 geführt, Augsburg hat sich komplett ergeben. Ich hab mit nichts mehr gerechnet. Ich hab dieses 1-2 dann so nebenbei mitgekriegt. Das Einzige, da kamen dann halt tausend Leute sowieso immer zu uns. Wir haben gesagt, hier Fußball 2000, Altra-Potkette. Und dann haben wir da mit dem Bier gesoffen und einer von denen kam auf mich zugerannt und ich dachte so, Digga, wir haben doch schon gebabbelt. Aber er meinte dann, Mainz hat es 2-2 gemacht und ich so, laber nicht. Und hat er mir das gezeigt. Dann haben wir da irgendwie eine Minute kamen da irgendwo Eintracht-Fans aus allen Ecken. Also ich war nicht der Einzige, der nicht mehr im Stadion war, weil alle das nicht mehr ausgehalten haben. Kam dann da, da gab es einen riesen Jubeltraube. Bis dann einer mitten in dieser Traube sagt, ja, das Tor ist zurückgenommen worden. Und dann, oh Gott, da hab ich, an dem Zeitpunkt hab ich gesagt, ganz ehrlich, liebe Saison, das war schön, aber jetzt lass mich bitte in Ruhe und nervst mich. Also nervt mich, ich will gar nicht mehr mit Emotionen investieren. Als dann das wirkliche 2-2 fiel, hat das auch keiner mehr geglaubt. Das war das Lustigste. Also das wirkliche 2-2 ist gefallen und alle 500 Leute, die da rumstehen, haben gesagt, ja, 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 komm, laber nicht, laber nicht. Erst als das 3-2 gefallen ist, haben die Leute angefangen zu glauben, zu sagen, okay, wenn ein 3-2 fällt, kann ein 2-2 nicht mehr zurückgenommen werden. Und dann sind die Leute richtig ausgerastet. Und das hat für mich an dem Tag nochmal so die Stimmung gedreht, dass wir wirklich vorm Stadion echt noch so ein, zwei Stunden gefeiert haben und schon wieder aus Europa SG gesungen haben. und uns einfach dann, weil wir uns schon anders abgefunden hatten, nach da zu sein, über diese Quali-Spiele gefreut haben, weil man muss ja sagen, für die Mannschaft und für den Verein ist es planungstechnisch eine Katastrophe, aber für uns Fans kann fast gar nichts Besseres passieren, weil du jetzt an Orte rachst. Sechs Spiele nochmal. Das ist ja quasi jetzt hier Inter-Toto-Cup irgendwo, keine Ahnung, Axel hat mir schon was rausgesucht, es gibt irgendeinen Gegner, der ist mitten in Bulgarien, wo drumrum gar nichts ist. Das wäre schon eine Erfahrung, das finde ich schon lustig. Und wir hatten in Kharkiv ja auch schon so eine Stadt dabei, wo du sonst wahrscheinlich nicht hinfährst und ich erwarte mir drei weitere Städte, die diese Kriterien auch erfüllen und wenn wir Glück haben, spielen wir Ende Juli, ist es glaube ich, Ende Juli in Bulgarien. Da kannst du nochmal eine Woche an den Strand. Also ich als Fan beschwärme mich nicht beschwer, aber verstehe aber die Mannschaft, wenn die da kein Bock drauf ist. Genau, also nochmal kurz die Fakten. Wir steigen ein in der zweiten Qualifikationsrunde. Das Hinspiel ist am 25. Juli, das Rückspiel am 1. August und dann geht es weiter. Dritte Quali-Runde, 8. und 15. August, Playoff-Runde 22. und 29. August und dann wäre am 30. August die Auslosung für die Gruppenphase. Das ist stabil. Korrekt. Na ja, geil ist anders, ne? Aber das ist es ja. Also das ist nicht so gut für die Planung auch, glaube ich. Ja, vor allen Dingen, gerade für die ausgequetschten Zitronen mache ich mir gerade so ein bisschen, also ich, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Sportwissenschaftler, vermutlich reichen dann auch irgendwie drei, vier Wochen der Regeneration oder so, aber ich weiß nicht, also ich finde das gerade für unseren Kader, der so am Ende so platt war, jetzt ausgerechnet das noch, plus wir sind ja dann noch im DFB-Pokal, wovon ich jetzt auch einmal ausgehe, dass wir nicht wieder in der ersten Runde ausscheiden, keine Ahnung, also ich, gut, sie wissen es und ich gehe einfach auch davon aus und ich habe auch einfach die, den Anspruch an diesen Verein, dass sie das in die Kaderplanung halt mit einkalkulieren, also es geht, es wird nicht gehen mit 13, 14 Spielern und ich hoffe, das ist allen bewusst. Ja, wird auf jeden Fall schwierig, ich meine, klar, die Zeit dazwischen ist jetzt nicht lang, die sind jetzt noch die Woche über in China, kommen dann zurück, dann geht es irgendwie in Urlaub, dann haben die vielleicht irgendwie zwei Wochen wirklich mal Auszeit oder drei Wochen und dann hast du schon wieder nur noch irgendwie vier Wochen, bis es dann wieder losgeht. Das ist schon wenig, gell? Es ist halt schon echt wenig. Die Eintracht hat jetzt quasi wieder eine WM, also, weißt du, das kann so viel beeinflussen. Das ist halt der einzige Vorteil dabei, ja. Das Ding ist, ich habe ja vorhin vermutet zu sagen, okay, vielleicht will Hütter sein System endlich hier implementieren. Das kann natürlich auch den Plan über den Haufen werfen. Also, wenn wir jetzt in die Gruppenphase direkt wären und hätten den kompletten Sommer jetzt frei, dann ist es natürlich viel, viel leichter, so ein Trainingsspielen das zu machen als ein Pflichtspielen. Ich bin gespannt, weil das auch wahrscheinlich die Trainingssteuerung über den Haufen wirft und alles Mögliche. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber Etienne hat es schon gesagt, wenn wir jetzt wirklich noch, und ich will jetzt auch gar nicht zu viel in die Vergangenheit schießen, aber ich hätte mir Angst und Bange, wenn Harry bei Bruchhagen das alles planen müsste. Da hätte ich wirklich Schiss, weil dann würde der, wie war das hier, als wir in die Euroleague eingezogen sind, ja, wir spielen Euroleague, was machen wir ja, dann leihen wir ein paar Nette aus, das muss reichen. So, das war ja damals das Ding. Und ich glaube aber, dass sie das besser machen, zu sagen, okay, dann haben wir Spieler wie Tutar, die kommen vielleicht früher in die Verantwortung als geplant und so weiter und so weiter. Ich bin zuversichtlich, dass du einen Kader, den du bezahlen kannst, aufstellst, der breit genug ist, sowohl die Gruppenphase zu erreichen, als auch nicht zu erreichen und ohne dann finanziell pleite zu gehen. Also das traue ich den Verantwortlichen zu und das muss auch klappen und wir dürfen es jetzt auch nicht überhöhen. Das ist ungünstig, aber das ist keine unmögliche Aufgabe, sondern das sind halt, du musst halt einfach einen breiten Kader aufbauen, der wirklich irgendwie konkurrenzfähig für die Euroleague auch ist, mit dem du aber auch die Bundesliga bestreiten kannst, wenn du halt in der, wenn du die Playoffs nicht erreichst oder wenn die Gruppenphase nicht erreichst. Das ist ja, muss ja drin sein. Dann hast du halt ein, zwei Spieler zu viel, meine Güte. Es gibt ja auch noch Länderspiele, ne, am Anfang Juni. Also das darf man auch nicht vergessen. Da sind auch noch mal ein paar Spieler von uns von betroffen. Ja, großartig. Gerade Kostic zum Beispiel ist davon betroffen, Jovic, also Rebic, habe ich noch jemand vergessen? Hasebe nicht mehr. Gatinovic natürlich. Gatinovic, ja. Keine Ahnung, wer noch? Ja. Ja, von den Itchers glaube ich. Da kostet er Gott sei Dank nicht. Das wäre doch, das wäre echt das Schlimmste, was uns passiert ist, wenn er jetzt für die Nationalhilfe nominiert worden würde. Das würde ich ihm überhaupt nicht gönnen gerade, aber, ja, also was ich damit nur sagen will, ist, da kommt eben auch noch mal, da kann man auch von der Pause auch noch mal abziehen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich versuche gerade... Wäre uns aber zum Beispiel auch helfen könnte, wäre meiner Meinung nach, zumindest in dieser Situation, ist auch so eine Laie wieder natürlich wie Nikolai Müller, der ja im Endeffekt jetzt an Hannover ja ausgeliehen wird, ist für mich jemand, der super für so, na, die Teams, die ja normalerweise in der zweiten Runde, Qualifikationsrunde noch zum Tragen kommen oder wahrscheinlich dann auch in der dritten, sind wahrscheinlich auch Mannschaften, wo Nikolai Müller mit einem guten Niveau und einem guten Training auch mithalten kann und auf dem Platz auch eine Verstärkung wäre, ist für mich normalerweise ein Spieler, der könnte zumindest den Kader an der einen oder anderen Stelle etwas wieder breiter machen und kostet im Endeffekt nicht viel. Oder wie seht ihr das? Ist das für euch überhaupt kein, kein Backup mehr? Boah, ich habe jetzt echt nicht verfolgt, wie er da in Hannover unterwegs war, kann ich gerade echt nicht sagen. Also ich glaube, Bäume hat er da nicht ausgerissen, allerdings, das ist auch wieder so ein Fall, er hat halt auch echt in einer Kack-Mannschaft gespielt. oh Gott, viel Druck und wenig gestimmt hat. Kack-Trainer. Ich würde es gerade sagen, das war alles nicht so toll da. Teilweise hat er mir richtig leid getan, wenn er gesehen hat, wie geil es gerade in Frankfurt ist und dann ist er da in der scheiß Stadt. Ich meine, wer schon mal in Hannover war, sorry, lieber Hannoveraner, aber ganz ehrlich, ihr wisst es selber, also das ist einfach keine geile Stadt, das ist kein geiler Verein, das ist alles nicht geil. Also es hat mir schon fast ein bisschen leid getan. Der wird aber jetzt auch 32. Ja, also der ist ein Backup. Ich fand es auch eine gute Verpflichtung, bevor er gekommen ist. Eigentlich habe ich mir ein bisschen mehr von ihm versprochen. Ist aber auch eine Systemfrage einfach. Seine Position gibt es im Hüttersystem in dem Sinne eigentlich gar nicht so richtig. Aber ja, wenn es eine Systemumstellung geht, dann ist es auf jeden Fall ein Backup. Wir haben ja auch noch so Spieler wie Kamada zum Beispiel, der ja eventuell zurückkommt, der wohl ganz gut, zumindest in der, was, Belgische Liga war es, glaube ich, gespielt hat. Wobei, ja, ich würde es auch nicht überbewerten, weil die Belgische Liga ist halt die Belgische Liga. Aber vielleicht ist das auch noch schon mal einer, der den Kater ein bisschen breiter macht und auch mal in der Euro-League-Quali für ein paar Akzente sorgen kann. Ich glaube, dass das... Ja, sorry. Du hast ja dann auch die Möglichkeit, im Endeffekt, ihr habt es ja angesprochen, das Transferfenster ist bis 31. Dezember offen. Ja, Dezember, sag ich schon, August offen. Das wäre ein bisschen lang. Da kommt dann wohl noch eins, genau. Nein, aber da hast du ja auch die Möglichkeit dann, nachdem du im Endeffekt eventuell auch, hoffen wir natürlich, nicht ausgeschieden bist oder sonst irgendwas, dass du dann natürlich auch Spieler wie, die jetzt sowieso noch mal zu verleihen. Also das ist ja im Endeffekt die Leihgeschäfte, die momentan laufen, eine Leihe sozusagen abzubrechen und die nächste dann im Endeffekt, wenn Nikolai Müller nicht mehr gebraucht wird oder der Kater dann oder wir so weit gekommen sind, dass du sagst, okay, jetzt haben wir die Quali-Runden und auch unsere schöne Playoff-Runde vorbei. Nikolai, schade, jetzt können wir dich eigentlich dann mehr gebrauchen, weil jetzt brauchen wir bessere Spieler. Wäre zwar irgendwo seltsam, aber die Möglichkeit besteht ja auf jeden Fall. Ich glaube, was Etienne gesagt hat, ist hier der entscheidende Faktor schon wieder. Erinnert euch an das erste Spiel in Freiburg, wie geil das mit ihm und Haller geklappt hat, alleine wie dieses Tor gefallen ist. Haller den Ball anlegt auf ihn ab. Ich glaube einfach, in unserem System waren plötzlich nur Plätze außen für ihn frei und das hat er einfach nicht hingekriegt und innen drin, der muss ja auch sagen, was soll Hütter machen? Soll er sagen, ja, Nikolai Müller, der trainiert ganz geil, aber ich nehme jetzt einen von den anderen drei raus. Also das geht ja nicht. Da hätten ja ganz andere auch schon noch auf der Bank gesessen, nicht nur er. Und für die Breite würde ich es auch nehmen. Also wenn jetzt sagen, Hütter geht jetzt, dann würde ich halt sagen, ja gut, dann ist er da, weil du brauchst dann, wenn du weißt, was ich irgendwo im tiefsten Bulgarien spielst und irgendwie drei Leute sind verletzt, dann muss er halt da spielen und ich traue ihm zu, dass er auch, keine Ahnung, ein Spiel zu Hause in der Bundesliga gegen Freiburg für uns entscheidet, falls dann das Ding da ist. Das heißt, ich würde den Kader echt breit halten, weil ich bei Nikolai Müller auch glaube, er ist keiner, der Stress macht. Hat er auch nicht. Der hat die ganze Zeit nicht gespielt, hat er gesagt, gut, das ist blöd, aber ich kann es verstehen, ich gehe jetzt nach Hannover. Also er ist einer, den würde ich nicht mal abschreiben, weil er ist genau so ein Spieler für die Breite. Der ist nicht schlecht, der ist nicht überragend, aber das ist auch keine Katastrophe, wenn er spielt. glaube ich, wirklich brauchen, weil wir lange, lange nicht wissen, wie viele Wettbewerbe da dabei sind. Stellt euch vor, der Pokal ist auch noch länger dabei, dann hast du nicht nur die Euroleague, sondern machst in drei Wettbewerben rum und wir haben gesehen, dieses Jahr, Bobic hat es auch glaube ich gesagt, die Euroleague hat uns wahrscheinlich die Champions League gekostet und das ist ja auch so und dann wird die Eintracht auch daraus lernen, weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir machen das auch noch nicht lange. Also das ist jetzt nicht so, dass wir wissen, ja Doppelbelastung, das ist ganz normal für uns, sondern das muss alles angepasst werden und der Kader auch. Ich bin da aber, wie gesagt, sehr zuversichtlich und wenn wir über Müller gesprochen haben, also mein Go hätte er, wenn er sagt, er will bleiben, würde ich sagen, klar, mach dich fit, Digga, du bist Stürmer Nummer viereinhalb, wenn wir dich brauchen, komm rein, wir können jede Entlastung irgendwann mal gebrochen. Ja, schauen wir mal, also es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall noch spannend. Wollen wir zu dem Bayern-Spiel noch was sagen oder haken wir es ab unter Verluste aus Schadensfällen? Können wir so abhaken, ja. Also, ich weiß nicht. Also von meiner Seite aus Ich habe das Spiel nicht gesehen, von daher kann ich ja, Ja, ich habe genug gesehen, um dazu was, aber was soll man da auch groß sagen, es war einfach, kann man relativ kurz fassen, indem man sagt, wir waren einfach chancenlos. Die Bayern hatten einen sehr guten Tag, wir waren nach wie vor platt und sowohl physisch als auch psychisch oder wie unser Trainer auch gesagt hat, körperlich als auch physisch und insofern muss ich sagen, ist das, ja, das ist, 5-1 klingt hoch, aber wenn, dann haben halt Ribery und Robben noch ihr scheiß Abschiedsspiel und drehen da auch noch mal auf mit Traumtoren, um sich zu verabschieden und das ist dann einfach so ein typischer geiler Sommertag in Bayern für München, wo wir nichts zu melden haben. Wir haben es davor verbockt, wir hatten genug Chancen gegen Vereine wie Hertha, Augsburg oder Mainz unsere Punkte zu holen, die wir gebraucht haben, haben wir nicht gemacht. Dann den Bayern die Meisterschaft zu Hause wegzuklauen, während wir kaum noch zwei Meter laufen können, wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Wir können uns bei unseren guten Freunden aus Mainz bedanken, dass wir die Saison mit dem Trostpreis abschließen konnten. Ansonsten würde ich nicht zu viele Worte über dieses Spiel und die, ja, im Prinzip die letzten zehn Spiele der Eintracht verlieren. Ja, gut, dann lassen wir uns das Ding abhacken und vielleicht mal über die Gesamtsituation sprechen. Die Alisa hatte es vor zwei Folgen ja gesagt, gefühlt ist jede Runde bei der, oder jede Rückrunde bei der Eintracht so zwei bis drei Spiele gefühlt zu lang. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Fazit, was wir jetzt unter der Rückrunde ziehen können, wobei es sich allein von den, von den Zahlen her, Hinrunde wie Rückrunde relativ angleichen. Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben, Hinrunde, acht Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen, 27 Punkte. Rückrunde, sieben Siege, sechs Unentschieden, nur vier Niederlagen, auch 27 Punkte. Wenn der, die letzten drei Spiele nicht wären, wäre es geil, aber so der Eindruck, den die Mannschaft so in den letzten Spielen hinterlassen hat, ist, meh, was ist denn so euer Gesamtfazit für die Saison? Ja, also ich kann gerne mal anfangen. Es ist halt immer so, ich tue mir immer schwer, weil natürlich, wenn man uns das alles vor der Saison gesagt hätte, dann hätten wir das wahrscheinlich alle unterschrieben und es war im Prinzip einfach auch eine geile Saison, weil es so geile Momente waren und man auch so stolz war und der Verein auch so geil repräsentiert wurde, wie ich auch vorhin gesagt wurde, wie oft man darauf angesprochen wurde. Einfach in der Wahrnehmung hat die Eintracht die Champions League erreicht, finde ich und ist einfach zu einem der größten deutschen Vereine geworden, irgendwie habe ich das Gefühl. Ob sie das halten können, wird man sehen, aber zumindest in dieser Saison hat es sich angefühlt, als ob wir einer von den geilen, riesengroßen Vereinen sind, sage ich mal. Es kam ja nicht nur aus Deutschland, sondern wirklich, wenn du dann Kloppo hörst oder was weiß ich, aus aller Welt Star-Trainer und Vereine darüber sprechen, dann ist das schon irgendwie geil und schmeichelhaft und sorgt einfach auch für ein Gefühl von Stolz und Freude. Ich bin aber auch ein Typ, der seine Saisonziele dynamisch anpasst an den Möglichkeiten, wenn ich die sehe. Am Anfang der Saison, als wir rausgeschieden sind gegen DFB-Pokal und so weiter, habe ich gedacht, hoffentlich steigen wir nicht ab. Als ich aber gesehen habe, zu was die Mannschaft in der Lage ist und dann auch die Punkte gemacht hat und dann im gesamten Jahr 2019 irgendwie 10 Spiele oder 13 Spiele am Stück ungeschlagen war und so weiter und man krabbelt in der Tabelle hoch, ist irgendwie über Wochen und Monate in Champions-League-Schlagweite, dann muss ich sagen, ist auch Enttäuschung einfach mit dabei, weil ich einfach das Gefühl habe, es war so knapp dieses Jahr, noch knapper als letztes Jahr, wo ich schon gesagt habe, warum denn nicht und auf die Fresse gefallen bin. Ich habe mich dieses Jahr extra zurückgehalten und trotzdem muss ich sagen, habe ich gehofft, dass wir, also Champions League wäre einfach so ein Gamechanger nochmal gewesen für unseren Verein und hätte uns wirklich auf eine neue Stufe gehoben, hätte auch nochmal, glaube ich, ganz andere Spielertransfers ermöglicht. In meinem Kopf gibt es so diese, wie so eine Paralleldimension, wo wir die Champions League erreicht haben und ich träume dann davon, wie die Eintracht abgegangen wäre und jetzt für immer unter den Top 3 in Deutschland oder Top 4 in Deutschland gewesen wäre und ich habe das Gefühl, wir sind an dieser Kreuzung gerade gewesen oder an dieser Weiche und es tut mir schon weh, weil es echt meiner Meinung nach machbar gewesen wäre und ich glaube auch, dass da Fehler gemacht wurden, auch auf Seiten vom Trainer, was die Rotation angeht. und da bleibe ich dabei, dass ich der Meinung bin, dass der Kader natürlich platt war, aber wir haben mit so Spielern wie Toro in der Zentrale, wie Touré, aber auch Endika, der keine Rolle mehr gespielt hat, Paciencia, der überhaupt nicht mehr eingesetzt wurde. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich weiß nicht, was mit Stendera war, angeblich vielleicht auch verletzt oder so, aber der kann es auch nicht schlechter gemacht haben, als ein Dick Guzman oder ein Willems teilweise da rumgestümpert haben im Mittelfeld. Ein Chandler, der seit Wochen wieder auf der Bank saß, aber auch nie wirklich mal eine Chance gekriegt hat, wo ich mir gedacht habe, lass doch den Kostic gegen Augsburg mal ein Spiel auf der Bank und lass den Chandler sich die Lunge rausrennen. Der kann ja nicht alles verlernt haben und dann hast du aber wieder einen Kostic, der vielleicht ein bisschen mehr rennen kann und es kann dann vielleicht schon wieder ein paar Punkte mehr bedeuten oder so. Lass den Allaire doch von Anfang an spielen und wenn er nicht mehr kann, wechselst du ihn aus. Du hast doch gesehen, was der für einen Unterschied macht, sobald er auf dem Feld ist. Es sind so ein paar Sachen passiert, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Natürlich kann man immer sagen, der Trainer ist näher dran, der Terena weiß es besser. Dann brauchen wir aber auch gar nicht mehr drüber diskutieren. Dann können wir alle die Schnauze halten, weil keiner ist näher dran als letztendlich die Funktionäre. Insofern aus Fansicht kann ich sagen, finde ich, wurden da ein paar Fehler gemacht und ich glaube, es wäre mehr drin gewesen und das enttäuscht mich insgesamt. Es ist aber trotzdem eine geile Saison und genau diese zwei Herzen schlagen in meiner Brust durch das Trostpflaster Euroleague-Quali kann ich damit leben. Ich glaube, wenn wir auf den 8. gekommen wären, dann wäre ich auch echt ein bisschen pisst gewesen. Das ist mein Fakt. Meins unterscheidet sich gar nicht krass davon, außer, dass ich am Anfang der Saison eigentlich ziemlich entspannt war. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir absteigen. Also als Hütter in die Kritik geraten, das haben wir auch hier probiert, so ein bisschen zu sagen, Leute, beruhigt euch. Wir sind auch schon gegen Aue im Pokal ausgeschieden. Also wir sind einigermaßen entspannt in der Saison. Meine Saison ging eigentlich los, als Jovic das 2-1 in Marseille gemacht hat. Da hast du gemerkt, wow, da ist was drin. Darfst du nicht vergessen, Haller und Jovic saßen zum Beispiel in dem Pokalfilion auf der Bank. Also so, dass die so krass abgehen, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Das hat sich dann so rauskristallisiert. Und ich glaube, was so ein bisschen die Saison von Eintracht so ein bisschen weird macht, war der Spielplan auch. Du hast am Anfang echt ein paar Klötzer gehabt, wo du dann scheiße in die Saison gestartet bist. Dann hattest du viel Durchschnittskram in der Mitte. Das hast du ja in der Rückrunde genau das Gleiche. Du hast jetzt diese ähnlichen Siegesserien immer in der Mitte der Runden. Und dann gegen Ende so einen kleinen Abfall mit Leverkusen und München dann. Also die Runden ähneln sich krass. Und was um uns herum passiert ist, hat sich halt so ein bisschen geändert. Du hast dann halt irgendwie trotzdem, und das ist das genau das Gleiche, dieses Herz schlägt auch in meiner Brust. Du hast das Gefühl, wenn die Eintracht gegen Benfica ausgeschieden wäre, zufällig, dann wären wir wirklich in die Champions League gekommen, glaube ich. Also ich glaube einfach, dass dieses Chelsea-Spiel dafür verantwortlich ist, dass dann kein Dings mehr drin war, weil diese 120 Minuten nicht so leer gepumpt haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich es ja schon im Vorgespräch gesagt. Es gibt, wenn ich die Saison so durchgehe, auch so viele geile Sachen, die wir schon wieder vergessen. An das 7-1 gegen Düsseldorf. Was war das für eine Stimmung hier? Wie Jovic fünf Tore macht. Dann hast du diese, in der Hinrunde, schon diese Gruppenphasenspiele mit magischen Nächten gegen Lazio, magische Nächte gegen Marseille. Du fliegst nach Zypern. Wir waren in Rom. Gut, das war nicht so toll, aber es ist halt trotzdem irgendwie krass, immer in dem Stadion zu sein. Dann ging es weiter. Dann haben wir überwintert in der Euroleague. Und dieser Absturz, den wir hatten, weil wir dieses Beispiel Köln auch immer hatten, zu sagen, oh, Köln-Euroleague, direkt abgekackt, haben wir auch gedacht, gut, wir wollen alle eine ruhige Saison spielen und eine geile Europa-League-Reise haben. Das hat sich ja alles nach oben angepasst. Aber wie Etienne schon sagt, da wird man ja dann aber auch in seiner Wahrnehmung dynamischer, zu sagen, ey, gut, wenn es jetzt so ist und die anderen sind so kacke und Schalke ist so scheiße und Wolfsburg war zwischendrin auch scheiße und alle, die mehr Geld als wir haben, die kriegen es halt nicht auf die Straße und Leverkusen zwischenzeitlich auch mit herrlich. Da denkst du, okay, vielleicht ist das die Saison, wo wir so ein bisschen aus dem Windschatten einfach mal da vorne hinkrachen. Und dann kamen diese Spiele gegen Donetsk und so. Du hast halt immer viel in dieser Holprigkeit, immer viele Europapokalspiele dazwischen gehabt, die dir das eigentlich wieder, die haben dir den Fokus darauf einfach komplett weggeblasen und du warst da nicht mehr sauer, weil wie kannst du sauer sein, dass wir gegen Dings nicht gewinnen, wenn du plötzlich 1-0 gegen Chelsea führst. Also so, das sind so diese zwei Sachen, die sind fast komplett voneinander zu trennen. Diese Erinnerungen an Europa und diese Fahrten mit allen Leuten, mit denen man dabei war und das waren echt berührende Momente, wo du auch echt oft da gestanden hast und geheult hast und gesagt hast, Alter, wir stehen jetzt hier vom Jeter beim Märzastadion und nach sechs Minuten macht Jovic auch noch dort das 1-0 und die Eintracht packt das. Das sind Sachen, die kannst du ja, die habe ich jetzt wahrscheinlich noch nicht komplett alle verarbeitet. Elf Meter schießt an der Stanford Bridge im europäischen Halbfinale. Das ist so krank, was da passiert ist alles und was für Storys auch neben dem Platz, was man mit Freunden erlebt, diese ganzen Reisen. Das sind ja so tolle Sachen. Das sind fast schon zu viel für eine Saison. Gleichzeitig ist es aber so, wenn du das ausblendest und du konzentrierst dich nur auf die Bundesliga und guckst dir nackt die Ergebnisse hintereinander an und wir haben zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt oder sowas und dann, das sind aber auch Sachen, die mir im Gedächtnis bleiben werden, zu denken, nach einer großen Enttäuschung guckst du auf die Tabelle und denkst, okay, wir sind immer noch Vierter und dann sind es nicht mehr und dann wurden es immer weniger Spiele und dann spielst du zu Hause gegen die Hertha und denkst, Alter, wir können hier einen Riesenschritt machen, wir können hier einen Riesenschritt machen und die Hertha ist auch lustlos, die sind da rumgelaufen, wie falsch geht. Du hast schon gemerkt, die haben keinen Bock mehr und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, boah, das ist ärgerlich, dass du die Hertha nicht schlägst, das zieht mir so einen kleinen Stecker. Dann folgten, dann, davor war ja dieses mit dem, da lässt du dich in Wolfsburg, führst glücklich, lässt dich nach dem eigenen Eckball auskontern, das ist auch ätzend. Augsburg geschenkt, neuer Trainer, die haben dieses Suff-Tor von Marco Richter, das macht er auch nur einmal in seinem Leben, das geschenkt und dann hast du halt dieses Spiel gegen Mainz, wo du sagst, okay Leute, wir können die Gruppenphase wenigstens fresh machen und da merkst du nach der Halbzeit, da geht nichts und da bin ich auch bei Etienne gelandet zu sagen, ey, warum sitzt Haller denn auf der Bank? Wir haben so sehnsüchtig auf den gewartet und meiner Meinung nach ist sogar nicht mehr nur diese körperliche und mentale Unfrische wirklich dafür verantwortlich, sondern meiner Meinung nach ist Haller das entscheidende Mosaik gewesen, was dafür gesorgt hat, dass wir nicht die Champions League erreicht haben. Ich glaube, selbst mit Doppelbelastung und Elfmeterschießen in London, wenn Haller die ganze Zeit fit gewesen wäre, hätten wir das geschafft, weil dann dieses System nicht so leicht zu entschlüsseln wäre beziehungsweise vom Gegner gar nicht zu verteidigen. Du kannst den, wenn ich einen langen Ball auf Allaire spiele und ich rufe Hummels vorher an, dann kann der es trotzdem nicht verhindern. Der kann das nicht verhindern, der nimmt den Ball trotzdem an und sagt, ja, was willst du denn jetzt? Wusstest du es vorher, ist egal, ich leite den Ball jetzt weiter, zack 1-0. Das ist einfach, und dann ist Rode auch noch ausgefallen und das hat dann dafür gesorgt und das sind für mich die entscheidenden Faktoren, dass ich sehr, sehr enttäuscht bin, auch neben all den Emotionen, dass wir wirklich so leicht nicht mehr in die Champions League kommen wahrscheinlich, weil da haben vier Punkte gefehlt und die habe ich ja eben aufgezählt. Gewinn zu Hause gegen die Hertha, hast du zwei mehr, kassieren nicht in Wolfsburg nach einem eigenen Eckball, das Ding, zack, da sind diese vier Punkte und das, das wäre jetzt keine Rocket Science gewesen. Also das wäre jetzt nicht so gewesen, dass wir da unfassbar viel Glück für gebraucht hätten, weil wir ja auch trotzdem, ja, so ein bisschen Pech auch in der Hinrunde schon hatten. Erinnert euch an einfach, als Jovic in Berlin wird ganz klar umgewichst, kriegt kein Elfmeter und da hat eben jener Grujic, über den wir gesprochen haben, das 1-0 gemacht. Es gibt so viele kleine Szenen, also diese vier Punkte, die muss ich mir gar nicht so krude herbeireden, dass sie noch dabei gewesen wären und das ist im Nachhinein schon sehr, sehr ärgerlich, weil das ist genau das, was ich gesagt habe, wenn ich sage mal, ich will wie Gladbach werden, das ist nochmal so ein Turbo-Boost, das ist wie wenn du bei Mario Kart über diese Dinger fährst, wo du dann, wo es dann noch schneller wird oder du kriegst was, was war das? Diese Beschleunigungsdinger, ich weiß gar nicht. Ja genau, du hast einen Pilz, genau so, das wäre es halt wirklich gewesen. Haben wir jetzt nicht. Trotzdem, es ist wirklich ein merkwürdiges Gefühl und bei mir wird sich das wahrscheinlich auch erst die nächsten Wochen einstellen, weil momentan ist mein Körper und mein Kopf und mein Geldbeutel erstmal damit beschäftigt, komplett irgendwie klar zu kommen und danach ist es wahrscheinlich wirklich Detox jetzt erstmal angesagt, bevor ich dann wirklich ganz, ganz viele klare Gedanken dazu fassen werde, was für geile Sachen wir hatten, aber auch was für eine riesen, riesen Chance wir verpasst haben, weil und abschließend habe ich auch vorhin schon gesagt, diese Klasse von 2019 wird so nicht mehr zusammenkommen und das war trotzdem eine sehr besondere Mannschaft, die mir sehr, sehr viel bedeutet hat, gerade dieser Sturm. Jovic, Rebic und Haller hast du wahrscheinlich von der Wahrscheinlichkeit in keiner deutschen Mannschaft so in dieser Masse und in diesem Spirit zusammen, gibt es nicht oft, das kannst du auch nicht konstruieren, das ist wahrscheinlich auch zufällig, dass sie sich halt so gut verstehen und wir haben, wie gesagt, früher, weiß ich nicht, wir mussten Liberopoulos ertragen, wir waren froh, wenn wir nur einen geilen Stürmer hatten und plötzlich haben wir drei und das ist einfach eine Sache und dann performt die auch noch so geil teilweise, das ist eine Sache, die hat mir viel bedeutet und ich bin sehr, sehr traurig, dass das aller Voraussicht nach jetzt vorbei sein wird, aber freue mich natürlich auch auf alles Neue, was da kommt. So und jetzt, bevor ich die Ohren bluten, gehe ich jetzt in den Raum. Super, super Zusammenfassung auch, Basti, ich gehe voll mit dir. Ein, zwei Ergänzungen habe ich noch dazu. Ich fand es einfach schade, dass wir im Endeffekt gerade bei dieser, als wir diese zwei Chelsea, magischen Chelsea-Nächte hatten, es irgendwie nicht mehr hinbekommen hatten, zu sagen, du willst hier nicht auf den Punkt spielen, denn du hast ja zum Beispiel in Leverkusen, hatte jeder doch das Gefühl, du spielst auf den Punkt, weil ein Punkt hätte gereicht für, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sogar Champions League, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es war definitiv so, dass du gesagt hast, hier komm, hier brauchst du nur einen Punkt und gehst auch mit so einer Einstellung dahin und die Mannschaft konnte es einfach überhaupt nicht abschütteln, dieses, ah, wir brauchen nur einen Punkt, das Ergebnis, es ist wieder so, diese typische Eintracht, wie wir sie aus den alten Jahren gekannt haben, die, oh, da kann ich was erreichen und dann, oh, habe ich dreimal vorbeigegriffen, naja, egal und dass dann natürlich die Spiele immer weniger wurden und die Gegner, klar, gegen Mainz, totaler Abfuck, da musst du normalerweise zumindest hinbekommen, irgendwie einen Punkt mitzunehmen und dann natürlich die Bayern am Ende, da haben natürlich auch die Karten ein bisschen gegen uns gespielt, hätten die Bayern vorher schon die Meisterschaft klar gemacht, ich weiß nicht, ob es dann wirklich so extrem, es war ja wirklich ein extremes Schützenfest und wir konnten gar nichts dagegen halten, weiß ich nicht, ob das nicht nochmal ein bisschen spannender gewesen wäre, wenn die Bayern vorher schon Meister gewesen wären, aber, hätte wenn und aber, ist natürlich schade, dass du hier auch einige Fehler gemacht hast, die Mannschaft und auch insbesondere der Trainer wird daraus lernen, ihr habt es schon gesagt, die Ausstellungen waren manchmal nicht ganz nachvollziehbar, Willems ist wirklich ein Spieler für mich auch, der teilweise wirklich die Spielberechtigung bekommen hat, wo du gedacht hast, meine Güte, was ist mit dem Kader los, was ist da los, da sind Spieler wirklich so jemanden und nichts gegen Willems als Person, aber der uns einfach überhaupt nicht weitergeholfen hat, der uns überhaupt nicht eher noch geschadet hat, weil manche Harakiri-Situation da abgelaufen ist, ist natürlich schade, gerade wenn du so viel erreichen kannst und es so Kleinigkeiten sind, die dazu fehlen. Ihr habt es angesprochen, das Wolfsburg-Spiel, oh Gott, was habe ich gekotzt, diese Konzentration noch am Ende ein bisschen hoch zu halten und wenn du es ja länger ziehst, klar, aus fünf Spielen hast du zwei Punkte, aus sechs Spielen hast du ja sogar zwei Punkte, weil du vorher das Augsburg-Spiel ja auch schon verdödelt hast, das ist natürlich schon was richtig weh tut. Was aber andererseits natürlich in der Saison richtig geil war, ihr habt es auch schon angesprochen gehabt, Europa League und in dem Fall muss ich sagen, Benfica, Lissabon, jeder hat gedacht, scheiße, 4-2, du hast noch eine kleine Chance und dann reißt du da das 2-0 noch ab und kommst noch eine Runde weiter. Im Nachhinein natürlich wahrscheinlich, ihr habt es auch schon richtig gesagt, Champions League ad, dafür Europa League Halbfinale. Andererseits, was haben wir gefeiert, was war das geil, diese Nächte, auch gerade auch das Spiel gegen Lissabon, meine Güte, das muss ja wirklich, wer da wirklich vorher gesagt hat, das Ding, ah, wir gewinnen 2-0 und damit ist die Sache, man hat rumgewitzelt und dann passiert das auf einmal. Das ist natürlich geil, ist kaum zu beschreiben, Basti, du hast es auch schon schön gesagt, diese Nächte mit den Leuten, die man im Endeffekt teilweise auch gerade erst kennengelernt hat oder sich dann in die Arme gefallen ist und einfach mega glücklich war, diese Zeit zu erleben. Auch in London, natürlich teilweise auch ein bisschen schwierig gewesen, die Enttäuschung war riesig, als wir dann natürlich gerade der vorher gehaltene Elfmeter von Trab, wo du denkst, oh Gott, wir sind so nah dran und dann hinten raus das Ding leider noch abzuschenken, ist natürlich extrem ärgerlich gewesen. Andererseits der Stolz überhaupt dabei gewesen zu sein und auch die Eintracht in der Außendarstellung, die immer hieß, ach, wie kann man Eintracht Frankfurt-Fan sein, so ein Scheiß, gibt es bei euch in der Gegend nichts Gescheites, warum bist du nicht Fan von einem gescheiten Mannschaft, sowas hörst du selbst von den größten Idioten heute nicht mehr, die sagen, meine Güte, Respekt, hier die Eintracht, geil, ich gucke es mir auch jeden, habe mir jedes Donnerstagabendspiel auf RTL angeguckt, war ja geil, wo du denkst, was laberst du für einen Scheiß, was laberst du mich hier voll, aber da siehst du selbst den größten Idioten, konntest du von dieser Mannschaft überzeugen und das ist einfach schön, das ist einfach das, was mich sehr, sehr freut. Du hast ja auch so viele Nebengeschichten gehabt, das Rode so zurück, ich meine, wir könnten hier echt eine Acht-Stunden-Sendung über die Saison machen, weil wir wahrscheinlich über die Hälfte vergessen, das Hinteregger ist eine Fähigut-Story, der Typ kommt hier hin und du hast das Gefühl, der gehört einfach hierher, wie der integriert wurde, also was da, auch dieser Hinti-Ami-Song, den wir gemacht haben, der landet dann in der Mannschaft, der Typ feiert das. Wir hätten bei Rode auch nicht gedacht, René hat es ganz am Anfang schon gesagt, dass der überhaupt nochmal Fußball spielen kann, richtig, und dann auf diese Weise, und der macht dann auch noch dieses Tor gegen das, es gibt so viele Storys, dann hast du Szenen, wie gesagt, Jovic macht in Bayern das 1-0, er macht bei Chelsea, macht er das 1-1, diese Auswärtsblöcke, also das sind ja auch Eruptionen, die habe ich selber, und wir haben viele Auswärtsspiele, alle schon mitgemacht, selber noch nicht erlebt, also diese 20 Minuten nach dem 1-1 in London waren das Lauteste, was ich jemals gehört habe, also das war dermaßen krank, dass du da kurz standest und nicht wusstest, ob du heulen oder schreien oder Angst haben solltest, das war ja auch für einen Fan gefühlsmäßig eine ganz, ganz neue Erfahrung, also so viel stand für uns noch nie auf dem Spiel, und so krasse Wendungen hat das auch nie. Hättest du dir vorher gesagt, Basti, das gibt Elfmeterschießen, dann hätte ich zu dir gesagt, dann muss ich wahrscheinlich irgendwo hier zu einem Arzt gehen und gucke das irgendwie unter Beobachtung am Fernseher, dann stehst du da drin, bist enttäuscht, aber gleichzeitig auch stolz, und dann feiern die Fans Hinteregger, wir singen alle zusammen im Herzen von Europa, das sind Szenen, die werden wir nie, 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 nie vergessen, und ich habe es, glaube ich, bei Fußball 2000 probiert so zusammenzufassen, diese Saison, das ist so, wenn du einen Geldbetrag hast und gibst den in dem Fall eher für einen teuren Urlaub aus, als statt dir Möbel für deine Wohnung zu kaufen. Manchmal ist es besser, aber du musst halt trotzdem auch ab und zu gucken, dass deine Möbel auf dem neuesten Stand sind, also so ein bisschen kannst du es so vergleichen, du wirst bei dem Urlaub auch immer geile Erinnerungen haben, der macht was mit dir, aber so wirklich einen Wert in der Hand hast du dann für das, was möglich war, hast du ja nicht, und das ist so ein bisschen, was diese Saison für mich zusammenfasst, die war ein richtig geiler, teurer Urlaub. Sehr gut. Ja, also, ja, also, ich habe diese Saison immer noch nicht so ganz für mich verarbeitet, das war so viel positiv, so viel geiles Erlebnis mit dabei, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bälle Hasebe in letzter Sekunde von der Linie gerettet hat, der gehaltene Elfer von Trapp gegen Inter und da war halt einfach so viel geiles Zeug mit dabei, aber wie ihr schon gesagt habt, so die Erwartungen steigen natürlich auch so ein bisschen mit diesem Erfolg, den man hat und man fängt irgendwie an zu träumen und am Ende fällt er dann doch irgendwie sehr tief und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das für mich einsortieren kann, aber so in Summe haben wir, glaube ich, schon ein, jetzt fahren wir wieder die Geschichte mit Nürnberg auf, wenn wir überlegt, wo wir da vor drei Jahren noch unterwegs waren, ist das schon ein enormer Schritt nach vorne und wenn man sieht, dass die Beteiligten da ja dann auch irgendwie alle noch da sind, dass Ben Manga ja jetzt, auch wenn es noch nicht offiziell raus ist, obwohl sein Vertrag verlängert hat und bleibt, lässt es halt einfach auch drauf hoffen, dass es da noch weiter geht, also ich glaube in Summe kann man sehr zufrieden sein, aber ganz ehrlich, ich brauche jetzt auch mal die nächsten zwei Wochen ohne Fußball. Das war extrem anstrengend und ich war jetzt ja noch nicht mal so viel auswärts irgendwie dabei, ich habe ja viel da nur im Fernsehen gesehen, wobei ich da auch immer nicht weiß, ob das nicht vielleicht sogar noch anstrengender ist, weil du halt irgendwie... Im Fernsehen ist noch schlimmer, also das habe ich gemerkt, als ich in New York war, ganz alleine morgens um 9.30 Uhr beim Frühstück in irgendeiner verlassenen Bar und musste dieses Schalke-Auswärtsspiel dort schauen. Und Bier trinken, ganz schlimm. Nee, habe ich nicht gemacht, tatsächlich, weil ich an dem Tag eigentlich noch was vorhatte, aber der Tag wäre gelaufen gewesen, wenn das bei dem 1-1 geblieben wäre. Also ich war vor diesem Fernseher, weil du kannst gar nichts rauslassen. Ich habe dann irgendwelche, als Jovic, die das mit reinhaut, bin ich aus der Sehne zu irgendeinem Fremden und habe dem in die Schulter gezwickt, der hat völlig schockiert geschaut. Also das ist einfach so, das finde ich viel, viel schwieriger als im Stadion, weil da bist du frei. Also diese Erfahrung will ich nicht nochmal machen, zu sagen, ich habe ja auch das Lissabon-Spiel in Miami gesehen mit einem Kumpel, Gott sei Dank zusammen. Das ging dann noch, wenn du einen Lions genossen hast. Ja. Aber das sind schon auch Grenzerfahrungen, weil du halt vor diesem Fernseher hockst und weiß ich nicht, du hast dann irgendwie auch ständig Gegenstände vor dir, das ist ja auch gefährlich. Also du hast dann irgendwelche, da sind Gläser und Tische und Stühle, also du willst irgendwas anpacken. Also René, das war glaube ich für dich nicht viel, viel leichter. Ja vor allem, wenn du sitzt abends da, du guckst dieses Euroleague-Spiel, es passiert irgendwas Geiles und du kannst nicht mal aufspringen und laut jubeln, weil das Kind oben im Bett liegt und pennt und die Frau, die schon so böse von der Seite anguckt, dann hat der Motto, jetzt mach das Kind bloß nicht wach. Ich weiß gar nicht, wie viele Kissen ich während dieser Euroleague-Spiel gefressen habe, damit ich nicht anfange, da irgendwie laut rum zu jubeln. Es war sehr, sehr anstrengend. Also ich will jetzt einfach mal zwei Wochen ohne Fußball haben und ohne irgendwas und dann bin ich mir ziemlich sicher, werde ich das irgendwie sehr vermissen und irgendwie freue ich mich auch so ein bisschen drauf, dass diese Euroleague-Quali stattfindet, weil dann einfach die Zeit bis zum wieder geilen Fußball irgendwie nicht so lang ist oder zumindest Fußball, den man sich gerne anschauen will, aber es ist auch irgendwie sehr, sehr anstrengend alles. Sehr, sehr anstrengend. Ja, aber so ist halt die Eintracht. Die Eintracht war schon immer anstrengend. Ja, das ist in der Tat richtig. Also Fußball generell, aber ich weiß nicht, es ist einfach die Diva und man ist es doch auch irgendwie, ich weiß nicht, ich bin schon gewohnt, dass immer, es ist wie so wie Game of Thrones, wo am Ende dann doch einer stirbt oder irgendwie noch so irgendwas passiert, irgendein Twist kommt noch, weil so dieses reine... Oder sie ist am Ende dann doch vielleicht verkacken, wer weiß. Ja, genau, so ein reiner Feel-Good-Movie ist die Eintracht einfach nicht, sondern da ist, du musst es immer ein bisschen struggle mit. Die verlangt einem alles ab und irgendwie das schweißt, deshalb schweißt es einen ja auch so zusammen, weil man halt auch, ich werde oft gefragt, so ja, warum sind eigentlich so, die Eintracht-Fans so krass oder warum identifizieren sich oder warum haben die so Bock auf Europa und während andere Mannschaften da keinen Bock drauf haben. Und ich sage dann immer so, wir haben auch eine besondere Leidensgeschichte, so das von Meisterschaften, die uns genommen wurden und Heinkissen und weiß ich nicht was. In den letzten 30 Jahren ist so viel auch passiert und der Wunsch nach mehr ist immer da gewesen, aber irgendwann wurde man so, auch die Ära Bruchhagen, so gut sie war, die hat einem so platt in den Asphalt gehauen. Bundesliga ist zementiert. Genau, die hat einem so in den Zement gehauen, so lange geschlagen, bis man es irgendwann geschluckt hat und gesagt hat, okay, ich halte die Schnauze, wir sind graue Maus für den Rest unseres Lebens. Das ist egal. Moderner Städte-Kampf-Bundesliga, yay. Und irgendwann war man wirklich einfach nur noch so am Resignieren und aber das Feuer in einem war immer noch so ein bisschen dran und man hat immer nur gewartet, bis irgendwann so der Savior, der White Knight, der Ritter kommt und es endlich mal so irgendwie entfacht und ab und zu kommt einer und entfacht es so ein bisschen, aber es reicht noch nicht so ganz und irgendwie, ja, also es ist natürlich, die Leidenschaft ist immer da, aber es ist einfach, die Eintritt ist mega anstrengend nach fast jedem Bundesligaspiel bin ich einfach nur platt und vor einem Bundesligaspieltag einerseits freue ich mich drauf, andererseits habe ich teilweise auch richtig Schiss und sitze völlig angespannt da, weil ich nicht weiß, wie ich danach drauf sein werde. Ja, das ist auch für Mitmenschen, also das ist für Mitmenschen gar nicht so einfach zu wissen, oh Gott, die Eintracht hat schon mal wieder verloren. Also du hast dann wirklich auch in deinem engeren Umfeld Leute, die dann mitzittern, aber nicht, weil die für die Eintracht sind, sondern weil die einfach nur hoffen, dass du an dem Tag noch funktionsfähig bist. Also das ist wirklich, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, aber das vergesse ich dann in dem Moment schon wieder. Ja. Naja. In Summe ist es, glaube ich, sehr anstrengend, aber auch irgendwie alles sehr schön. Ja, man kann sich da eh nicht aussuchen. Richtig, man kann sich da glücklicherweise eh nicht aussuchen. Und das ist auch eine Erkenntnis dieser Saison, du kannst dir so oft noch einreden, tausendmal probieren zu sagen, ja, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht, wenn es dann doch nicht klappt, bist du trotzdem so. Also damit werde ich wahrscheinlich nächste Saison aufhören. Ich werde wahrscheinlich Was sauer zu sein oder dir das einzureden? Ne, dieses Präventiv-Pessimismus-Zeug, ich werde den Präventiv-Pessimismus wahrscheinlich beerdigen. Hm. Ja. Ich habe das jetzt jahrelang gemacht, hat mir nie was gebracht. Ne, ich wollte nur sagen, das bringt dir am Ende nichts, weil du kannst es dir versuchen einzureden, es wird am Ende nie funktionieren. Es klappt auch nicht, weil Etienne hat es ja gesagt, jetzt hat sie mir vor der Saison gesagt, die Saison läuft so, hätte ich gesagt, ja, vielen Dank, wo darf ich Geld hin überweisen, welches Körperteil muss ich dir schenken? Trotzdem bin ich sauer, dass wir nicht in die Champions League gekommen sind und denke da auch immer wieder drüber nach, zu denken, oh, wenn Rebic das 1-2 gegen Mainz mal war, 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 und die Eintracht in München haben wir doch noch das 1-1 gemacht. Egal. Hätte, wäre, wenn, aber es ist egal. Ja, aber ist das nicht auch das, was es dann auch ausmacht, weil wenn du am Ende dann sitzt und dann von wegen, ja, hat nicht funktioniert, ist trotzdem schön, ey, dann kannst du es halt auch gleich lassen. Ja, aber bei mir wird das manchmal trotzdem so, dass ich, also ich würde gerne manchmal so, dass ich denke, ja, es war jetzt blöd, ärgere dich, aber ich ärgere mich manchmal so sehr, als wäre das irgendwas Elementares und das beeinflusst dann andere Sachen, dass ich, keine Ahnung, zwei Tage lang schlecht gelaunt bin, das kann es ja eigentlich auch nicht sein, aber es ist halt so, ich kann es eh nicht ändern, weil ich bin dann halt aber auch eine Woche geil drauf, wenn irgendwas Geiles passiert ist. Diesen Preis zahlt man halt, aber meine Güte, dann ist es so. Und ich habe das Gefühl, durch dieses, diesen siebten Platz und diese Elfmeterschießen nur bei Chelsea, wenn Tierney eben Game of Thrones angesprochen hat, ich habe dann das Gefühl, durch diese Sachen jetzt und durch dieses Auf und Ab und alles mögliche, das war noch nicht die letzte Staffel, also das war noch nicht die letzte Staffel. Ich glaube, da, die Story ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich glaube, da kommen noch Sachen, wo wir denken, krass, wer weiß, wofür XY gut war oder weiß ich nicht ganz genau. Keine Ahnung, vielleicht holen wir nichts der die Euroleague. Ich weiß es nicht genau, aber, weil mit ein bisschen mehr Losglück wärst du auch ein bisschen entspannter, dass diese Euroleague spaziert, muss man auch sagen. Wir haben nur Champions League Journeys gekriegt. Ja, keine Ahnung, also, oder keine Ahnung, vielleicht scheiden wir auch in der ersten Runde in Plovdiv aus. In Bulgarien. verlieren die ersten vier Bundesligaspiele und gewinnen wieder einen DFB-Pokal. Wer weiß das schon. Ich lass jetzt einfach mal das passieren und schau mal, ich kann, ich will mir jetzt noch keine Gedanken mehr drüber machen, weil ich von der letzten Saison noch zu fertig bin. Sie ist ja auch noch nicht so lange hier. Wir haben noch eine Frage zu dem Thema vom Stefan bekommen und zwar würde er gerne von uns wissen, wer denn unserer Meinung nach der MVP der Bundesliga ist. Der Bundesliga oder von Eintracht? Der Liga hat er geschrieben. Ich habe schon in der Bundesliga gesagt, das kann ich schnell machen. Für mich ist es Kai Havertz, 19 Jahre jung, Alter, der Spieler ist einfach eine absolute Granate. In dem Alter irgendwie 27 Scorer-Punkte oder so, torgefährlich, Mittelfeldspieler, nachdem, glaube ich, sich die halbe Welt bald umgucken wird, ist für mich so, weiß ich nicht, der nächste Michael Ballack oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ein krasses, krasses Talent, der auch schon so ein Selbstbewusstsein hat, der am Ball alles kann, verschiedensten Tore total klar, aber auch in der Birne scheint, wenn man so Interviews von ihm hört und so. Ich kann Leverkusen nicht ab, aber Kai Havertz, da bin ich echt ein bisschen neidisch, also das ist schon für mich, mit Jadon Sancho, sag ich mal, der auch ein geiler, geiler Kicker ist, aber Kai Havertz ist für mich der MVP. Ich mach weiter, weil Etienne Main angeteasert hat, ich nehme Sancho. Der hat so natürlich nur ein bisschen so eine kleine Delle drin gehabt, aber der ist auch noch ein junger Kerl. Der hat für mich teilweise selbst zu der Zeit noch gute Dortmunderspielen nochmal auf ein anderes Level gehoben, also das ist ein Kicker, den habe ich sehr, sehr gerne zugeschaut und wenn ich Engländer wäre, würde ich zuversichtlich in die Zukunft schauen, weil die haben nicht nur den, die haben auch noch viele andere Talente von diesem Kaliber. Das ist schon ein richtig geiler Kicker, ich bin gespannt, wo der nächstes Jahr spielt und wie viel Geld Dortmund da einnehmen wird. Dennis? Ich sage tatsächlich, auch wenn es hier um die Liga geht, für mich ist der MVP Haller, weil er einfach, wenn er gespielt hat, die Präsenz, wir haben es vorhin schon angesprochen, ich finde, das kann kaum ein Spieler in der Bundesliga, so den Ball, ja, mit allen möglichen Langholz, was wir auf den gespielt haben, wo du immer gesagt hast, ach du Schande, hat er wirklich in 90% der Fälle super verarbeitet, hat eine sehr geile Präsenz, konnte den Ball sehr gut verteilen, hat uns extrem gefehlt, Bastian hat es vorhin auch, glaube ich, schon angesprochen gehabt, ich glaube, mit Haller wäre die Saison auf jeden Fall mit einem fitten Haller am Ende auf dem Champions League Platz geendet, auch wenn wir im Endeffekt hier mit Chelsea und so weiter die Belastung hatten, denn du hast gemerkt, das System hat dann bei uns nicht mehr funktioniert, aber auch generell hast du gesehen, dass die anderen Spieler viel besser einzuschätzen waren von den Spielern, mit einem Haller hast du immer noch mal, ja, jemanden drin, der einfach schwer, da kannst du drei, vier Leute drauf abstellen und er macht trotzdem noch was aus dem und schafft Räume, deshalb für mich auf jeden Fall MVP ist Haller, weil er auch bei anderen Klubs und deshalb, das ist ja das, wo wir eigentlich dann wieder sagen müssen, wie schade, wenn er gehen sollte, auch bei viel, viel größeren Mannschaften vom Namen her spielen könnte und trotzdem rausstechen würde als jetzt bei der Eintracht und bei der Eintracht war er auf jeden Fall sowieso der überragende, ich denke aber auch in der Liga hat er auf jeden Fall ganz oben mitgespielt. Ich habe auch schon ein bisschen auf dieser Frage rumgekaut und an Ermangelung von anderen Spielen, von anderen Mannschaften, die ich mir häufig angeguckt habe, ist es auch bei mir ein Eintracht-Spieler und zwar Sebastian Rohde, der nach anderthalb Jahren quasi nicht Fußball spielen, sich so immens in diesem Mittelfeld aufreibt, in diese Zweikämpfe da geht, als wandelnder Ganzkörperkrampf über den Platz läuft, aber trotzdem nicht aufgibt. Zwischenzeitlich aussah wie einer, der irgendwie bei Mike Tyson und Rocky gleichzeitig irgendwie in die Mangel genommen wurde und trotzdem noch auf dem Platz stand und am Ende halt quasi nur durch die Vielzahl der Verletzungen und der Knieverletzungen dann da irgendwie ausgeschaltet werden konnte und das eben nach diesen anderthalb Jahren quasi ohne Fußballspiel Hut ab. Kann man alles unterschreiben, zeigt aber auch, dass, was ich irgendwann mal gesagt habe, dass diese Bundesliga-Saison nicht so krass war, also dass vom Meister kein Spieler dabei ist, von Dortmund einer, der auch einen Delle hatte und mit Havertz einer von einer Mannschaft, die auch am Ende nicht genau weiß, wie sie in die Champions League gekommen ist und während der Saison den Trainer gewechselt hat. Also, ja, die Bundesliga ist... Also, der richtige Ausreißer ist irgendwie nicht mehr drin, das stimmt schon. Ganz so stark, also das hast du das Gefühl, fast jeder ist auf so den Platz gelandet, wo er einigermaßen nicht gehört, also so. Krass eigentlich. Naja. Schauen wir mal. Ich hoffe, Stefan ist mit seiner Antwort oder mit unserer Antwort dann zufrieden. Das Ganze wird ja dann nochmal in dessen Podcast Polykick nochmal aufgearbeitet, da wird dann nochmal gesammelt, vielleicht wollt ihr dann da auch nochmal rein. Ach, guck an, da hab ich auch schon mal dran. Natürlich hab ich doch auch schon was dahin geschickt, da hab ich aber Kostic gesagt, von daher hab ich jetzt euch zwei genannt. Hervorragend. Hervorragend. So, dann gucken wir doch mal, was andere Menschen genannt haben, dann kommen wir nämlich an dieser Stelle zum Dummschwätzer der Woche. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und da müssen wir natürlich erstmal auflösen, wer denn in der letzten Woche gewonnen hat. Und wir haben auf dem Treppchen auf Platz 3 den Herrn Utscher, der sich ja wunderbar geschwert hat über diese Bierdusche nach dem Jubel vor der Eintracht-Heimkurve. auf Platz 2 unser aller Freund Pratzo für sein wunderbares Auftreten im Sportstudio und auf Platz 1 mit 39,1% der Präsident von Aue, der alle Nichtmütter aufruft, doch Mutter zu werden. Das war geil. Werdet Mütter! Fakt die DNA zu Wismut Aue! Oh Gott, das wäre berüchtigt. Das ist immer noch fürchterlich. Das ist auf so vielen Ebenen einfach falsch. Das war sehr, sehr creepy. Vor allem wie er auch eröffnet. Liebe Kameraden! Alter, Alter, Alter! Hat er Kameraden oder hat er Genossen gesagt? Nee, Kameraden. Liebe Kameraden! Liebe Kameraden! Ja. Und alle! Und vor allem wie er dann auf Mädels losgegangen sind, die keine Kinder haben. und alle Frauen, die keine Kinder haben, werdet Mütter! Oh Gott, das will ein Alter. Da habe ich da gestanden, habe ich mir auch gedacht, das ist doch nicht sein Ernst gerade. Eieiei. Naja. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Genau. So, wir haben auf der Nominiertenliste für diese Woche und da steigen wir gleich mit einem absoluten Highlight an. Das wurde uns geschickt vom Chris, vom Jan, vom Superbad und vom Mijou und zwar unser aller auch Freund Julian Nagelsmann für seine wunderbar kontroversen Aussagen zu 50 plus 1 und der Laterne. Wer es nicht mitgekriegt hat, der hatte irgendwie was gesagt, ist gefragt worden zu irgendwie Vergleich Deutschland, also Bundesliga zu Premier League, Aufhebung 50 plus 1 und hat diesen Vergleich mit dieser Laterne da irgendwie gebracht so nach dem Motto, den einen zeigt sie den Weg und die dummen Menschen klammern sich irgendwie dran. Wohlwissend, dass er ja in einem Verein unterwegs ist, der so ein bisschen da ausgenommen ist beziehungsweise zu einem Verein geht, der da auch von ausgenommen ist und da jetzt auch nicht wesentlich viel mehr erreicht hat, also auch so ein bisschen fehlerhaft seine Logik an dieser Stelle. Aber ist halt Julian Nagelsmann. Vor allen Dingen würde der sich, dies macht auch für ihn keiner, der würde sich ins eigene Knie schießen, wenn das nicht so wäre, weil die Vereine, für die er arbeitet, profitieren davon, dass die wichtigen Vereine das eben nicht dürfen. Also wenn das alles aufgelöst werden würde, dann wären Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, schneller weg, als er irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas sagen kann. Aber der Typ ist eh schwierig, weil ich würde diese Nominierung noch ergänzen, um diese Aussagen zu Mateta. Ich habe einen Artikel gelesen, Nagelsmann ist sauer auf Mateta und ich habe gedacht, weil er eben nicht in die Augen geguckt hat, als er eben ich habe diesen Artikel gelesen, dann habe ich gedacht, gut, das wird, weiß ich nicht, da gab es eine rote Karte, Tor zurückgenommen. Ich habe gedacht, da gab es vielleicht so, dass sie sich irgendwie geschubst haben oder dass er gesagt hat, geh schneller raus bei der Auswechslung, was weiß ich was. Und dann lese ich diesen Artikel und frage, was ist denn passiert? Und dann muss ich irgendwie herausfinden, dass es nur darum ging, dass er ihm die Hand gegeben hat nach dem Spiel, ihn aber nicht in die Augen geschaut hat. Und das denkt er, das ist ein wichtiger Faktor, was er der Presse erzählen muss. Da habe ich mir auch nur gedacht, weiß ich nicht. Etienne hat ja vorhin gesagt, er will den Burgerladen nicht bei der Polizei anschwärzen. Julian Nagelsmann würde wahrscheinlich sogar die Bundeswehr anrufen. Also der Typ, der Typ ist glaube ich echt dieser nervige Nachbar, der steht und weiß ich nicht, fünf nach eins bei dir vor der Tür und sagt hier, Mittagsruhe. Ich muss aber, wenn du in dem Alter schon, sag ich mal, so hochrangig bist und andere Leute rumkommandierst, ich weiß nicht, da muss ja auch irgendwas schiefgelaufen sein. Also der mag ja ein guter Trainer sein und so, aber der war bestimmt auch schon Berufswunsch-Bademeister in der Grundschule oder so. Also der ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht als Partygast Nummer eins zu meinem Geburtstag einladen. Und sagen, ey, der Nagelsmann kommt, Leute, macht euch ready, das wird eine richtig gute Zeit. Okay. Der kommt auf deine Party um neun Uhr und beschwert sich, dass, keine Ahnung, dass kein Sprudelwasser da ist und geht wieder um viertel nach neun. Der erzählt dir dann auch, der würde freiwilligen Polizeidienst machen und würde im Endeffekt die Leute ankacken. Das ist so ein typischer, vom Clip her. Der erzählt dir dann was er anders machen würde auf deiner Party. Ja, aber dann auch so passive-progressive. Ja, das ist ja ein schönes Buffet. Das ist aber ein schönes Buffet. Ah, ich hätte es anders gemacht, aber es ist ja auch geil. Es ist ja deine Party. Es ist ja nicht meine Party. Wenn ich eine machen würde, dann mache ich halt selber eine Party. Aber, naja, das essen vielleicht nicht viele. Naja, das fehlen. Ey, ganz ehrlich, gehau ab! Genau, passiv-aggressiv trifft es ganz gut. Auch immer dieses Verschmitzte. Er sagt ja mal, ja, ist ja egal, aber sagt es dann trotzdem. Ja, der sagt auch immer so, der wurde, glaube ich, mal zur Nationalmannschaft gefragt und hat wirklich gesagt, ja, ich kann nicht fassen, dass ich zu jedem Scheiß befragt werde, während er eine Woche vorher bei einer Pressekonferenz sein Einkaufswissen mit Paprika-Liona vorgelesen hat. Da habe ich mir dann auch gedacht, das passt einfach nicht. Der Typ, und das wird ein spannendes Sozialexperiment, wenn der mit seinem Gerechtigkeitsbewusstsein zusammen mit Minzlaff, Mateschitz und Rangnick, wenn die sich irgendwie vermischen, das wird eine echt merkwürdige Geschichte, glaube ich. Das wird noch für einige Nominierungen in dieser Kategorie hier sorgen, glaube ich. Ja, dann müssen wir uns, glaube ich, dauerhaft für die nächste Saison überlegen, ob wir die so ein bisschen ausklammern, weil das springt dann tatsächlich total den Rahmen. Da hat sich ja keiner mehr in der valide Chance. Schauen wir mal. Dann haben wir noch einen zweiten Nominierten, der wurde uns geschickt von Tobi Lix, und zwar nominiert er Lotto Hessen, die ja bei dieser, wir hatten es ja schon erwähnt, die Eintracht versteigert, ihre Halbfinal-Trikots unterschrieben. Und Lotto Hessen hat da fleißig mitgeboten und versucht, diese Trikots zu ersteigern und hat auch auf Nachfrage auf Twitter darauf gesagt, von wegen, dass das irgendwie als Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie, Identität oder irgendwas nimmt natürlich damit auch so ein bisschen den Fans, die jetzt irgendwie alles an Geld noch zusammenkratzen, um sich vielleicht eins dieser geilen Trikots zu sichern, so ein bisschen auch da die Luft raus, weil die natürlich ein bisschen mehr Ressourcen in der Hinterhand haben. Ja. Merkwürdig. Ja. Und dann haben wir noch einen letzten Nominierten und den habe ich erweitert und zwar kommt der von Milan und zwar hatte er die UEFA nominiert dafür, dass es keine Ticketbörse zum Euroleague-Finale gibt und ich habe das Ganze noch erweitert für alles, was die UEFA da gerade falsch macht, weil ja jetzt dann auch gestern, vorgestern, ich weiß es gerade nicht mehr genau, die Aussage ja auch kam, dass Mkhitaryan nicht mit zum Finale reisen wird, weil er sich als Armenier da einfach nicht sicher fühlt. Das passiert halt, wenn man meint, so ein Finale da hinzugeben, wo es jetzt stattfindet. Ja, das ist eh eine Farce. Vielleicht war es sogar ganz gut, dass wir da nicht hingekommen sind. Was ich am Anfang schon fand, dass es krass war, dass jeder Verein nur 6.000 Karten kriegt. So verrückt. Die können irgendwie pro Tag nur 15.000 Leute überhaupt empfangen in dem Land, glaube ich. Also ich frage mich, was sie vorgehabt hätten, wenn die Eintracht-Fenster eingefallen wären, wenn 14.000. Und ist es nicht jetzt auch so, dass irgendwie wenig Karten nur abgenommen werden, weil es wenig Flüge von England dahin gibt? Ja, genau. Und es gibt halt aber auch, Klopp hat das sogar, glaube ich, gesagt, es gibt auch irgendwie Hotelpreise für, was weiß ich, 680 Euro und so ein Kram. Ja, die Schraube ist natürlich jetzt ordentlich hoch. Ja, ganz ehrlich, Leute. Das ist vor allen Dingen, das ist ja auch bekannt. Also das war, war das nicht vor ein paar Jahren schon mal irgendwie so, dass da irgendein Spieler nicht mit konnte oder sonst irgendwas? Also das ist ja nichts Neues, was da, da ändert sich ja auch nichts. Und UEFA redet immer von, ja, Equal Game und Respekt und ja, bla, bla. Und gibt ein Finale, da wo ein Spieler aus Sicherheitsgründen nicht hinreißen kann, Leute. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Also das ist, das Problem an der Sache ist, man hat sich da schon, wie bei Trump und bei allen Sachen, man hat sich da schon so sehr dran gewöhnt, das hat schon gar keinen Aufregel-Faktor mehr, weil du denkst, naja, gut, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet und das ist eigentlich das Traurige, dass man so abgestumpft ist, dass man denkt, ja, gut, Europa League-Finale in Baku ist ganz normal, da werden schon Gelder geflossen sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil Chelsea und Arsenal jeweils, ich glaube, Chelsea hat nur 600 Karten genommen. Also das muss man sich mal reinziehen. Okay. 600 haben die genommen und Arsenal, glaube ich, 3.000, das heißt, da sind 3.600 wirkliche Leute im Stadion, die das Spiel bockt und ich bin gespannt, Best-Sponsoren, Mist, ja. Wenn überhaupt, also ich bin gespannt, ob da nicht ein Euro-League-Finale stattfindet, wo die Hälfte des Stadions leer ist, also vielleicht wollen die uns schon darauf vorbereiten, dass Leipzig bald Europa erobert. Ey, die kommen beide aus London und die Vereine sagen sich, ey, warum können wir nicht hier spielen? Ja, das wäre doch geil. Wimbley. Wir sind beide hier, warum müssen wir jetzt beide irgendwie 15.000 Kilometer fliegen, um da zu spielen? Wir haben geile geile Stadien, geile Zugangsmöglichkeiten, alles ist viel besser, warum machen wir das? Wie war das, die beiden Stadien liegen irgendwie 20 Kilometer auseinander? Das macht überhaupt, also rein logistisch, sie macht es null, kommt null Sinn. Kann eigentlich nur darauf, also kann man sich nur erklären, dass da irgendwelche, weiß ich nicht, komischen, obskuren Gelder geflossen sind oder so, anders kann man sich das auch überhaupt nicht erklären. Obwohl ich ja die Aktion auch von ganz vielen London-Fans geil fand, die ja jetzt geschlossen wohl oder mit sehr vielen nach Mallorca fliegen und Mallorca im Endeffekt ja schon angekündigt hat, dass in dem Zeitraum kein Bierverkauf stattfinden wird, auf der Straße darf nicht getrunken werden, also die haben extrem Angst, dass jetzt entsprechend sehr, sehr viele London-Fans dort einfallen und einfach die Insel auseinandernehmen. Aber gut, sind wir mal gespannt, wird auf jeden Fall bestimmt eine interessante Zeit, also wer Lust und Zeit hat, Mallorca, das Datum ist bekannt, viel Spaß. Großartig, ja. Gut, das sind die Nominierten, die wir von unseren Hörern bekommen haben, hättet ihr noch Ergänzungen oder habt ihr noch Ergänzungen? So rum. Eine Ergänzung, aber das Problem ist hier, ich kriege es leider, ich habe den Link nicht mehr gefunden, deshalb habe ich es noch nicht eingetragen, es gab doch jetzt von Uli Hoeneß die Grenze 80 Millionen Transfers, mehr soll es nicht werden. Die Nominierung gilt aber nicht Uli Hoeneß in dem Fall, sondern Braco, der sich wunderbar medial dazu geäußert hat wieder, anstatt dass er dann einfach sagt, ja, das akzeptieren wir, weil das ist einfach so, wollte er irgendwie erklären, warum das so ist und was im Fußball das bedeutet, dass Transfers wie die 120 Millionen von einem Grießmann ja, dadurch dann wegfallen. Wo jeder weiß, Grießmann will überhaupt nicht zu Bayern, also es ist so richtiger Käse, alles miteinander vermischt und es zeigt einfach wieder die absolute Inkompetenz von Braco, bitte nie mehr ihm irgendeine Frage stellen oder in die Kamera sprechen lassen oder in irgendeinem Mikrofon, weil es ist so grauenvoll, es ist wirklich, ich schäme mich allein dafür, das zuzuhören. Ja, das meine ich, da du hast diesen Fremdschämenfaktor, ich kann mir das schon gar nicht mehr anschauen und mittlerweile tut er mir fast schon leid. Ich verstehe nicht, wer den in diese Situation gebracht hat, zu sagen, okay, das ist eine gute Idee, du bist die Sprache auch nach außen. Vor allem, es gibt doch, um nochmal auf Game of Thrones zu kommen, es gibt diese eine Szene, ich weiß nicht, wie viele alle mit der Serie seid, aber da sagt, da sagt Tywin Lannister zu Joffrey, der da sagt, ich bin der König, ich bin der König, da sagt er, ein echter König, muss nicht dauernd sagen, dass er der König ist, so ungefähr. Und genau das gleiche ist bei Braco, der dauernd kommt irgendeiner und sagt, wie toll die Arbeit ist von Braco, der Braco ist so wichtig, der Braco ist so wichtig, der ist so toll, der macht so tolle Arbeit, das ist so toll. Es gab es noch nie, dass ein Präsidium ständig seinen Manager so loben musste und das alleine spricht schon Wende, auch wenn man sich den Abschied von Ribery und Robben anguckt und dann siehst du da einen Hoeneß, der in Tränen aufgeht. Kann ich auch irgendwo verstehen, die haben eine enge Bindung und so weiter und Rummenigge und dann kommt der Braco und stellt sich da mit auf das Foto und denkst du so, was hat der mit denen zu tun? Du kennst die seit anderthalb Jahren, Alter. Danke. Aber er muss halt irgendwie mit auf dieses und dann jetzt ist er auf dem Abschiedsfoto, wo Rummenigge, Ribery und Robben, die so eine gemeinschaftliche Zeit gemacht haben und Braco. Ja, ey, das ist so wirklich der Typ, Alter. Naja. Das ist schon echt Wahnsinn. Dieser Sportstudio-Auftritt war ja auch schon, das ist ja... War echt auch skurril, ja. Ja, das sind die skurrilsten Sachen in der Saison schon mit dem passiert. Der hat ja auch teilweise irgendwie vorm Spiel, musste er vom Sky-Reporter vorm Spiel erfahren, welcher Spieler im Kader ist und welcher nicht. Also, das ist... Ich verstehe nicht, dass man den in diese Situation bringt, zu sagen, okay... Ich kann mir vorstellen, zu sagen, okay, du bist jetzt hier unser Azubi, du lernst jetzt mal und dann hältst du dich im Hintergrund, du kannst gucken, keine Ahnung, du machst das jetzt zwei, drei Jahre. Ich weiß nicht, ich glaube, mit Simon Rolfes wurde das zum Beispiel auch gemacht, der hat dann irgendwie zwei... Oder Frank Baumann damals auch, der hat da erstmal zugeschaut und bla bla. Der wurde direkt, du hast das Gefühl gehabt, man hat das Gefühl, die haben direkt den Hausmeister zum Sportdirektor gemacht. Der muss dann erstmal gucken. Das ist ein Mysterium, was ich bis heute mir nur so erklären kann, dass Uli Hoeneß halt wirklich dieser Mafia-Pate ist, der Leute in Positionen bringt, in denen sie eigentlich nichts verloren haben, weil er sich dann ihrer ewigen Dankbarkeit sicher sein kann und er so dieser Oberhaupt-Typ ist. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Weil wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich kotzen, wenn ich dran denken würde, dass Sammer, Reschke und Guardiola bei mir irgendwie in Charge waren und so einen klinisch geilen Fußball gespielt haben und jetzt Uli Braco, keine Ahnung, darum Affen und mir dann erzählen wollen, ja, wir haben jetzt ein Limit für 80 Millionen. Das ist so, wie Dennis schon gesagt hat, das kann ich auch sagen, weil die Spieler, die drüber kosten, die wollen eh nichts. Die wollen eh nichts zu dir. Das ist so, wie wenn du weißt, deine Freunde machen mit dir Schluss. Ja, ich mache auch mit dir Schluss. Nein, machst du nicht. Das ist eh keine Chance. Aber gemeinschaftlich, weil wir haben beide Schluss gemacht. Genau, genau so. Und dann denkst du, ein Griesemann denkt dann, stell dir mal vor, Griesemann hört das und denkt, äh, ja, ja, klar, ich bin auch zu Bayern gegangen. Natürlich, äh, die Bayern spüren, glaube ich, einfach auch, dass sie, haben wir ja jetzt auch leidvoll erfahren, dass sie europäisch nicht mehr die erste Geige spielen, sowohl finanziell und mittlerweile, früher konnten die sogar noch geil ausgleichen, weil die da wirklich clever gearbeitet haben. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Also, Liverpool war nicht mal gut drauf gegen Bayern. Also, wenn Liverpool so gespielt hätte, wie im Rückspiel gegen Barcelona, hätten die 7-0 gewonnen. Also, von daher, ich bin gespannt, was die Bayern jetzt machen, gerade mit Kovac, wie die das moderieren, dass der nicht mehr Trainer sein wird. Das wird sehr, sehr spannend alles. Ja, das ist definitiv. Auf jeden Fall eine, sinnvolle Nominierung der Herr Bratzow. Gut, wenn ihr sonst nichts weiter habt, dann, wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was zu tun ist. Ihr geht auf eintracht-podcast.de da auf die aktuelle Folge und stimmt ab und dann schauen wir mal, wer es in dieser Woche dann wird. Dann müssen wir jetzt natürlich auch, nachdem wir jetzt über dieses ganze Dummgeschwätz gesprochen haben, eine gute Tat küren. Und dafür brauchen wir erstmal den Ringel. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm geben müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und das eine hatten wir vorhin schon erwähnt, das ist eine kleine gute Tat der Woche, wir wollen es auch wirklich klein halten, und zwar die Schützenhilfe der Kollegen aus Mainz, dafür, dass die Eintracht dann damit noch Platz 7 erreicht hat. Ja, ist jetzt auch mal gut, oder? Ich sage ja klein. Aber das viel größere Ding, das wurde uns von Sounds to Move und von Bobstack SGE geschickt, ist, wir hatten es ja gerade eben erwähnt, es gibt keine Ticketbörse, auf die ja der ein oder andere Eintracht-Fan auch gehofft hat, als er sich im März schon Karten für Baku gesichert hat, die es ja jetzt nicht gibt, und man hat jetzt einen anderen kreativen Weg gefunden, und zwar kam ein Eintracht-Fan auf die Idee, mal zu gucken, wem man denn diese Karten vielleicht geben könnte, und es gibt ein SOS-Kinderdorf in Baku, und es haben sich mittlerweile schon über 100 Eintracht-Fans dazu bereit erklärt, ihre Karten zu spenden, für die Kinder in diesem Kinderdorf, dass die jetzt da hingehen können und sich dieses Spiel angucken, weil für die ist es halt auch nicht so einfach, sich so eine Karte irgendwie zu leisten, und da sind wohl schon einige an Karten auf dem Postweg, und also wenn das mal nicht ein kreativer Weg ist, mit diesen untauschbaren Karten umzugehen, dann weiß ich auch nicht weiter. Gute Sache. Gute Sache. Ich habe es trotzdem nicht alles verstanden, weil mich haben viele Leute auch angeschrieben, ob ich das wüsste. Vielleicht weiß einer von euch. Gab es dann teilweise Karten, die man umschreiben konnte, und manche musste man einfach verfallen lassen, oder was? Weil es gab auch viele Leute, die Antwort von UEFA bekommen haben, zu sagen, ja, die Karten sind nicht übertragbar. Ja, es gibt wohl einige, die übertragbar sind, so wie ich das verstanden habe, ja. Okay, gut, weil das habe ich dann, ich habe dann irgendwie, das habe ich nicht verstanden, aber gut. Es ist aber auch total seltsam, dass es solche und solche gibt. Ich verstehe schon auch, was du meinst. Basti ist echt ein seltsames System wieder, aber. Ich vermute mal, dass die da unterschieden haben zwischen, ja, neutralen Karten und denen, die halt irgendwie vielleicht im Fanbereich sind, oder irgendwas. Wir haben ja da auch ihre Aufteilung. Also wäre jetzt die einzige, die einzige Erklärung, die ich da jetzt irgendwie hätte. Also ich habe von Eintracht-Fans gesehen, die sich vorher neutrale Karten besorgt hatten, bei diesen paar Verfahren da, die dann Antwort, die dann, die das wollten an London-Fans abgeben und dann haben die eine E-Mail gekriegt, nee, sorry, die Karte ist nur auf ihren Namen ausgestellt und können wir leider nichts machen. Und dann der beste Satz am Ende, wir hoffen auf Überständnis, natürlich habe ich da Überständnis, und da bleibt das Stadion halt leer, ist doch super. Ja, es wird ein trauriges Spiel, aber wenn damit noch irgendwie ein paar Kinder wenigstens das Fußballspiel da vor Ort sehen können. Weißt du, was ich der UEFA oder dem Betreiber dann zutraue? Dass diese ganzen Kinder sich so sehr freuen, kommen da mit 200 an und dann gucken die auf die Kontrolle, da steht der Name nicht drauf, die lasse ich nicht rein. Das würde ich denen tatsächlich zutrauen. Also ich glaube, wenn sie das jetzt machen, dann können sie sich, glaube ich, echt auf viel negatives Echo gefasst machen. Also das ist ja so schon nicht gerade wenig, was da jetzt gerade irgendwie passiert, aber wenn die DIN-Umer jetzt noch fahren, bah, weiß ich nicht. Ja, da siehst du die nächsten vier Wochen erstmal nichts vom Wolf in der Zeitung oder vom Waschbären, wenn das kommt. Der arme Wolf, Alter, das habe ich heute gelesen. Jetzt ist es, jetzt haben es wirklich diese ganzen Idioten geschafft, immer so laut zu schreien, dass wirklich heute beschlossen wurde, dass es erleichtert wurde, dass Wölfe abgeschossen werden dürfen. Was ist denn los, Leute, Alter? Was für Zeiten leben wir denn? Da gibt es, naja. Gehen wir von dem Tier oder von dem Fußballfans? Da habe ich teilweise unterschiedliche Meinungen. Ausnahmsweise von dem einfach nur teilweise. Also der Wolf darf jetzt wieder sehr leicht geschossen werden. Übrigens, das Neueste aus der Gerüchteküche ist, es gibt wohl einen sehr gut informierten Werder-Fan, der wiederum Berater kennt von Grujic angeblich und der sagt, der geht zwei Jahre Leihgeschäft zu Bremen. Grujic? Warum? Das wäre, das wäre aber wirklich ein Kontor. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Also, wie gesagt, ist, hat einer im Eintracht-Forum gepostet, einen Link zum Werder-Forum, also ist alles mit Vorsicht zu genießen, aber der genießt da wohl in dem Werder-Forum, genießt der wohl hohes Ansehen, weil er wohl schon mit der einen oder anderen Aussage mal recht hatte. Aber das fände ich auch scheiße, weil Grujic ist ganz heimlich, so ein bisschen mein Wunschspiel, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn der jetzt noch dazwischen grätscht, dann kommt der nur nicht, weil wir noch einen Gräter haben. Ich wollte schon sagen, danke für diese schlechte Nachricht zum Abschluss der Sendung. Was heißt hier zum Abschluss der Sendung? Wir haben Empfehlungen vor uns, Freunde der Nacht, die müssen wir auch noch machen. Basti hat gerade eben noch Links geschickt, der will noch was loswerden. Sehr gut. Aber erstmal noch der Jingle. Wo ist er denn hin, der Jingle? Ich hab's verkackt. Auf den letzten Metern hat er's verkackt. Großartig. Irgendwer hat mein Soundboard-Moment. Ich muss mal zum Soundboard rollen. Wie die Eintracht. Ja, ich muss mal zum Soundboard rollen und dann hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und diese Woche auch Etienne natürlich, den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Marvin, also known as Etienne. Ja, Marvin also known as Etienne. Genau, ich mach's ganz kurz. Ich hab eine Empfehlung, die ist aber auch umso wichtiger. Am Sonntag sind Europawahlen und wer da nicht hingeht, ist ein Arsch. Ganz einfach. So. So ist es. So ist es. Basti? Ja, ich mach jetzt mal zwei Dinge in eigener Sache. Marvin ist ja nicht da. Dann benutze ich seinen Slot mit. Deswegen nehm ich zwei Sachen. Und zwar startet morgen tatsächlich ein neues Podcast-Projekt von mir zusammen mit dem HR beziehungsweise Hi Info. Und zwar ist das ein Gerichtspodcast, der heißt Verurteilt. Den mach ich zusammen mit Heike Berufger. Den werden die meisten Leute zumindest im Frankfurter Raum kennen. Das ist eine berühmte Gerichtsreporterin. Ja, und eigentlich ist es ja gar nicht so mein Thema, aber das ist wahrscheinlich genau das Interessante, dass so ein bisschen, wir sprechen immer aktuelle oder alte Fälle, die irgendwie auf den ersten Blick klar scheinen, aber wo es dann irgendwelche Wendungen gibt, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick versteht. Und die erste Sendung, die wir aufgenommen haben, war schon sehr, sehr interessant. Da geht es darum, dass ein Mann seine Frau mit der Bratpfanne erschlägt. Und da erfahren wir halt immer mehr über diese Geschichte. Und was auch, keine Ahnung, was Justiz leisten kann, was nicht und so weiter. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was mal gar nichts mit Fußball zu tun hat. Und das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Also ich freue mich jetzt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen die nächsten Folgen aufnehmen, kommen alle zwei Wochen raus. Alle Infos zu der Sendung und zu Heik und zu mir gibt es dann auf dem Link, der in den Show Notes sein wird. Ist ein spannendes Projekt, ich bin selber noch nicht genau sicher, wo das hinführt, aber ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf, weil es A, nichts mit Fußball zu tun hat und ein Thema behandelt, was jetzt nicht, weiß ich nicht, wo die Leute mich nicht auf den ersten Blick, beziehungsweise nicht auf der Seite auf den ersten Blick mit der Verbindung bringen würden. Ja, ich hoffe, dass die paar Leute da mal reinhören werden. Es gibt auf jeden Fall ein witziges Bild von dir und Heike. Das muss ich wirklich sagen. Basti gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Allein dafür lohnt es sich schon mal auf den Link zu klicken. Genau, und ich habe gerade eben festgestellt, wer jetzt schon den RSS-Feed in seinen Podcatcher schmeißt, der kriegt sogar die erste Folge jetzt schon serviert. Also noch nicht Donnerstag und schon sind da. Im Chat steht es doch auch schon. Okay, okay, ja, nein. Ich bin gespannt, was die Leute davon haben. Ich weiß selber nicht, also es ist für mich auch eine komplett neue Erfahrung, mal weg vom Sport und ein bisschen seriös sein. Also es ist mir auch ein bisschen schwer gefallen. Ich bin gespannt, wie mir das die nächsten folgt. Wie du bist da seriös, dann höre ich dir nicht. Bisschen seriös ist auch schön. Ich habe gesagt, ein bisschen, Reni. Entschuldigung. Na ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es ankommt und was daraus wird. Und worauf ich auch noch sehr, sehr gespannt bin, ich habe es, glaube ich, hier noch gar nicht gesagt, dass wir im Dezember am 11.12. mit unserem befreundeten Podcast von 390, den der René öfters hier erwähnt, in der Batschkopf Frankfurt auf der Bühne sind tatsächlich für unseren 390 Weihnachtsding Jahresrückblick mäßig mit Axel, Enzo, David und ich. Und da gibt es noch einige Restkarten. Also ich wollte es jetzt auch hier nochmal sagen, weil wir haben bei 390 dann bei den Live-Shows, die wir jetzt im Juni haben, haben wir viel gejammer gehört. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Deswegen sind wir jetzt in der Batschkopf. Da sollte es eigentlich für jeden Karten geben. Wir haben, glaube ich, 600 Karten gibt es. Der Großteil ist schon weg. Es gibt auf jeden Fall noch welche. Also wer da Bock drauf hat, wer mit Sicherheit, weil wir dann in Frankfurt sind, auch einige Worte über die Eintracht verlieren. Würde mich freuen, den einen oder anderen von hier auch dort zu sehen. Also von daher habe ich das jetzt hier auch nochmal empfohlen. Link und alle Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Und ansonsten habe ich gar nichts mehr. Sehr gut. Dabei, dabei. Ich kann leider nichts empfehlen. Etienne, wie sieht es bei dir aus? Och immer. Also da mache ich auch ein bisschen Werbung für meinen Podcast oder was. Gerne. Ja, für alle, die nicht kennen. Hat auf jeden Fall einen geilen Namen, der Podcast. Ja, Podcast ohne richtigen Namen, kurz Porn. Und vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die ganz früher Giga geguckt haben und dann noch Georg Zahl kennen, den Glatzkopf, dem Games-Bereich mit Jochen Dominikus damals. Mit den beiden mache ich zusammen diesen Podcast und reden über die Stars, alles Mögliche. Es ist sehr lustig, macht mir sehr viel Spaß. Wer noch nicht kennt, kann ihn dann überall, wo es Podcasts gibt, hören. Podcast ohne richtigen Namen. Und ansonsten kann ich noch eine Serie empfehlen. Ich habe selber erst die erste Folge gesehen, aber Tschernobyl, hier neue HBO-Serie, gibt es glaube ich auch auf Sky, ist so ein bisschen, erzählt so das, was eben 86 da passiert ist in Tschernobyl, aber auf so eine, also es ist so nachgespielt, also schon Drama-Serie mit halt echtem Inhalt und es ist wirklich brutal gut und spannend und ich weiß nicht, welcher Jahrgang ihr so seid, ihr seid ja auch alle, wir sind ja alle so ungefähr plus minus. Wir haben das ja irgendwie, wir haben ja ein bisschen Strahlen abgekriegt. Der eine oder andere mehr. Der eine oder andere mehr. Ich meine, Basti war nicht immer so. Ja. Leute. Naja. Und deshalb kann ich das empfehlen. Tschernobyl. Okay. Ich habe den Trailer gesehen, das sah schon sehr vielversprechend aus. Es ist natürlich ärgerlich, dass das Ding irgendwie nur bei Sky ist. Wie viele Folgen hat das? Also insgesamt, erste Staffel glaube ich 10 Folgen oder 8 oder 10 Folgen, aber es gibt erst 3 Folgen. Ich bin so einer, ich warte bis alle verfügbar sind, weil ich will da nicht warten. Ja. Habe ich es auch bei Game of Thrones sogar gemacht, habe es jetzt beendet. Du bist durch. Ist extra nicht hier in den Empfehlungen gelandet. Ja, exakt bei mir auch. Da kann ich auch, wer mich ein bisschen upragen sehen will über Game of Thrones, empfehle ich unseren Kino Plus Channel auf YouTube und da dann das Recap, zwei Stunden lang ragen wir ein bisschen ab und ich habe mich echt ausgelassen über die achte Staffel. Ich bin echt derbe enttäuscht. Und es ist einfach so viel dumme Scheiße passiert, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wer das hören will. Oder auch nicht passiert. Oder auch nicht passiert. Also wenn wir schon bei Serienempfehlungen sind, ich gucke gerade, das kann man leicht wegschauen. Das habe ich auch irgendwie ziemlich spät erst angefangen, obwohl es eigentlich Seinfeld Bezug hat, weil Julia Louis-Dreyfus damit spielt. Veep habe ich jetzt angefangen zu schauen, bin jetzt so Mitte der zweiten Staffel. Das ist eigentlich ganz lustig. Also es ist langer mal wieder eine Serie, die lustig sein soll und die es in großen Teilen noch ist. Die läuft wo? Auf Netflix oder was? Sky. Ich muss leider auch sagen, das ist geil. iTunes US. iTunes US. So sagen wir immer. Weil es gibt ja auch Leute, die wissen, wo man sonst auch so was herkriegt. Genau, iTunes US-Store kriegst du das. Zum Beispiel. Ja, okay. Hau ich dann auch noch. Ansonsten wollte ich eigentlich Money in the Bank empfehlen, tue ich aber auf gar keinen Fall. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Lass es sein! Ich sage ja, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und 30 Minuten und es kam mir schon vor wie zwei Stunden. Da ist nichts passiert. Da ist schon was passiert, aber nur Bullshit. Ganz ehrlich, Marvin und ich waren ja bei WrestleMania und haben gedacht, na, vielleicht. Aber ich hätte es schon nach dem Raw after WrestleMania wissen müssen, dass die keinen Bock mehr haben, geile Stories zu erzählen. Und das ist jetzt auf die Spitze getrieben worden. Du hast jetzt das Gefühl, die machen das sogar extra, weil die wissen, dass die Fans sich darüber aufregen. Ja. Ich bin gespannt, das kann ich vielleicht empfehlen, weil wir werden wahrscheinlich dazwischen nicht mehr aufnehmen. Jetzt am 25. Gibt es die neue Wrestling Promotion AEW von Cody Rhodes und den Young Bucks. Ja, das hatte Marvin letzte Woche schon. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung, dass die der WWE ein bisschen Feuer unterm Arsch machen, was Modernes, Storytelling und Wrestling und Charaktere und sonst irgendwas, dass die den wirklich mal irgendwie, genau wie die WCW damals, als dass sie die wieder zur Höchstleistung treiben, weil was momentan die WWE anbietet, kann man sich wirklich nicht angucken. Das ist wirklich eine Frechheit. Naja. Gut, dann habt ihr was zum Hören, zum Gucken. Ihr könnt einen kleinen Ausflug am Sonntag ins Wahllokal machen. Ich würde sagen, da ist für jeden was dabei und ganz wichtig, Karten klicken für 93 Live im Dezember in der Patschkab. Ich gehöre zu den Glücklichen, die schon am 15. Juni in Frankfurt zur Sommerschau dürfen. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Ich bin so ein bisschen zwischen freudiger Erwartung und leicht verängstigt, was da an Bühnenshow passiert. Mal sehen. Da geht's dir nicht anders als uns selber. Ich wollte gerade sagen, ihr wisst wahrscheinlich schon, was passiert, aber ich vermute mal nach deiner Aussage, dass ihr noch keinen Plan habt, was passiert. Wir treffen uns jetzt am Samstag, okay? Das ist immerhin zwei Wochen vorher. Aber war nicht der Plan für Samstag, dass ihr trinken geht? Abends dann. Wir treffen uns. Ah, ich verstehe. Wir haben acht Stunden Zeit, das sollten wir schaffen, diese Live-Show auf die Beine zu stellen. Weil es sind ja auch nur zwei Stunden, also das ist für uns ja eine kurze 93-Folge. Also da sind wir eigentlich normalerweise erst mit der Begrüßung fertig, dann gehen die Leute schon wieder nach Hause. Ja, wichtig ist nur, es müssen Maskottchen drin vorkommen, Butter und der Rammler. Das wären meine Wünsche. Ich glaube, das wird auch alles erfüllt, René. Hervorragend. Dann freue ich mich umso mehr. Und der Terror-Storch Ronny. Ist live zugeschaltet. Das kann ich auch empfehlen, die letzten 15 Minuten der letzten 93-Folge waren sehr, sehr lustig. Die habe ich mir sogar selber noch zweimal angehört, als wir die Story von dem Storch erzählt haben, der sehr, sehr aggressiv in dieses Dorf da gekommen ist und da alles kaputt macht und was weiß ich, die Kirchengläser alles zerschlägt und Leute beim Bier trinken die Gläser aus der Hand reißen und glaube ich, letztens sogar irgendwie vor einem auf dem Balkon stand und dem die Tür eingetreten hat, weil er sein eigenes Spiegelbild gesehen hat und wo dann ein Ornithologe zu Wort kam mit den fachkundigen Worten, wir vermuten, dass dieser Storch verhaltensgestört ist. Bravo, da hat sich das Langstudium sehr, sehr gelohnt. Also, wie ihr kennt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das behandeln wir dort ausführlich. Ich muss mittlerweile sehr aufpassen, wenn ich 93 in der Öffentlichkeit höre, es führt immer zu so ungewollten Lachanfällen, die Leute gucken mich immer so ein bisschen komisch an, das ist schwierig. Stark. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu und gehen in eine kleine Sommerpause, vielleicht schaffen wir noch die ein oder andere Folge dazwischen, aber wir brauchen jetzt auch erstmal so ein bisschen Fußballerholung und wie ihr ja gerade gehört habt, es gibt adäquates Alternativprogramm in den nächsten Wochen und Tagen. Etienne, vielen Dank, dass du dir trotz Kindergeburtstags nach wehen die Zeit heute Abend genommen hast, hier mit uns über die Eintracht zu reden. Gerne, gerne, immer wieder gerne und das war das Spannendste heute. Kann man das so jetzt nicht sagen, Mensch. Wieso, die Kinder sind jetzt wahrscheinlich im Bett, die hören das richtig. Sie verstehen das doch gar nicht. Viel zu klein und doof. Großartig. Ja, dann nochmal vielen Dank an alle, die uns in dieser Saison so fleißig unterstützt haben. Ich gucke mal, dass ich da mal noch eine Liste zusammentrage und dann werde ich die mal noch irgendwie schriftlich verarbeiten. Es hat uns sehr, sehr gefreut, die ganze Unterstützung, die wir bekommen haben, sei es jetzt über auf Phonik, Guthaben, Spenden, die per PayPal oder Überweisung gekommen sind, Dinge, die ihr über unseren Amazon-Link eingekauft habt, die vielen Kommentare, die langen E-Mails, die ihr uns geschrieben habt, wenn ihr auf Twitter nachgefragt habt, wo denn die neue Sendung bleibt. Das ist alles grandios, viel Feedback und viel Unterstützung. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist immer wieder großartig und ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen Basti, Marvin, Dennis, Alex das mindestens genauso wiedergeben. Und ja, wie gesagt, wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause, von daher kleine Träne im Auge, aber wir kommen bald wieder und wünschen euch bis dahin eine erholsame Bundesliga-freie Zeit. Macht euch alle gut aus und vielen Dank für alles. Genau, auf jeden Fall. War ein geiles Jahr auch mit dir, mit dir, Dennis. Etienne war es jetzt nicht so oft dabei. Wir haben uns immer in dem Stadion gesehen. Ach, guck an, da erinnere ich mich sogar noch dunkel dran. Ich habe zumindest ein Bild. Dunkel. Ja, und Marvin du auch und Alex und alle, die wir hier zu Gast hatten. Es war wirklich wieder mal eine aufregende Saison. Hatten wir natürlich auch schon mit Kovac diese aufregende Saison, aber das war eine angenehm aufregende Saison auch hier mit euch. Wir sehen uns ja sowieso bald. Schöne Therapiesitzungen hier muss man... Genau, eben. Das hilft auch immer, das so ein bisschen einzuordnen. das stimmt. Das kann nur ansprechender werden im nächsten Jahr. Ich werde jetzt nur das Problem haben, wenn ich nachher nach dem Porn-Podcast schaue, das wirklich zu erklären und ich muss wahrscheinlich meinen Verlauf dann nochmal enden und wäschen, denn kein Mensch glaubt mir, dass es nicht was Seriöses halt handelt. Wie viele Beziehungen hast du mit dieser Namensfindung gestört? Ja, ja, das hast du nach dem Podcast gesucht. Ja, ja, ja. Gut. Gut, dann machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche, eine schöne kleine Sommerpause und wir sind in Bälde wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, Bis dahin, Outro